Es geht wieder los, liebe Freunde. Cherry Jam, eine Kirsche, zwei Meinungen, dein Lieblings-Podcast. Alright, dann gehen wir wieder rein heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cherry Jam, der Podcast, bei dem wir uns interessanten Geschichten und spannenden Persönlichkeiten widmen. Ich bin Cherry Berlin, eure Moderatorin. Und heute zu Gast haben wir Flo von Mützekatze oder auch die Party-Rakete mit Konfetti-Antriebs, wie es auf der Webseite so schön steht. Hallo, das bin ich. Hört man das jetzt auch auf der Podcast-Aufnahme? Sollte man hören, ja. Ja, schön, dass ich da sein darf, danke. Ja, freut mich, dass du da bist. Sag doch mal, bist du Mütze oder Katze? Ich bin Katze. Das kann man immer ganz deutlich erkennen. Das fragen uns die Leute wirklich richtig oft. Bist du Mütze oder Katze? Und dann deute ich einfach immer auf das, was ich auf dem Kopf habe. Und einer von uns hat immer eine Mütze auf und einer hat immer Katzenohren auf. Und das ist das ganze Geheimnis. Und ich verstehe wirklich diese Frage eigentlich nicht. Und wir bekommen die aber so oft gestellt. Und ja, ich bin Katze. Ach, alles klar. Okay, also live vor Ort sieht man es dann sofort. Genau. Da muss man aber erstmal drauf klarkommen. Von eurer ganzen Glitzer-Eskalation ist man wirklich auch ein bisschen abgelenkt. Ja, stimmt. Ja, vielleicht legt die Leggings auch so ein bisschen ab von den Katzenohren und von der Mütze. Das ist ja wohl auch das Langweiligste vielleicht am ganzen Outfit. Vielleicht gucken alle nur auf die Leggings. Ja, wer weiß. Ja. Ja, es ist schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Ihr seid ein DJ-Duo, ja gar nicht. Trio eigentlich, oder? Wir sind ein DJ-Team. Wobei wir uns mittlerweile nicht mehr so bezeichnen. Wir haben ganz lange gehießen Mütze-Katze-DJ-Team, verstehen uns aber mittlerweile viel mehr als Show-Act. Natürlich ist DJing, Auflegen ein Hauptbestandteil davon, aber noch so viel mehr. Und deswegen ist es nur noch Mütze-Katze. Und das Mütze-Katze-Team und das Team ist größer als drei. Das Team besteht aus sieben Leuten, die auf der Bühne stehen. Also nicht gleichzeitig, sondern immer nur zwei. Und ganz, ganz vielen mehr Leuten noch im Hintergrund. Also wenn wir die noch mitzählen, dann sind wir bei 15 Leuten, glaube ich, mittlerweile, die bei Mütze-Katze irgendwie mitschaffen. Ah, okay. Und die sieben sind dann die, die auch mit im Hintergrund arbeiten oder tatsächlich Leute, die auch mit zur Bühnen-Performance gehören? Nein, also die sieben Leute stehen auf der Bühne in wechselnden Abständen, je nach Verfügbarkeit natürlich. Und ja, die arbeiten natürlich auch im Hintergrund am Projekt. Habt ihr schon ein schönes Gruppenfoto, so siebenmal in Leggings? Wir haben ein Gruppenfoto, tatsächlich. Kann man sogar auf unserem Insta sehen. Da haben wir Anfang des Jahres, wir machen immer so Team-Ausflüge, wie so Klassenfahrten. Ist total cool, macht mega Spaß. Da fühlt man sich wirklich nochmal wie 16, wenn man mit den ganzen Jungs da unterwegs ist. Und da haben wir uns überlegt, mal zu einem Auftritt zusammenzufahren. Zwei Katzen, die Hauptshow gemacht und der Rest dann mal so dazugekommen auf die Bühne. Und da ist auch ein wunderschönes Gruppenfoto entstanden. Ah, wie cool. Dann können wir ja gleich mal schauen, Ladies and Gentlemen. Wenn ihr Bock habt, checkt gerne mal Mütze Katze auf Instagram ab. Genauso wie man spricht, einfach bei Instagram eingeben und dann findet ihr die Seite. Und am Sonntag kommt ja immer der Podcast raus. Von daher, vielleicht schafft ihr es ja diesen Sonntag dieses Gruppenfoto zu posten, würde ich mir gerne angucken. Ja, unbedingt. Ja, das können wir gerne nochmal machen. Dann mit Direktverlinkung auf den Podcast. Genau. Und ihr habt alle einen Grund mal einzuschalten bei Instagram. Ja, dann einmal grundsätzlich, was macht ihr denn noch sonst so? Seit wann gibt es euch? Und wo seid ihr denn so unterwegs? Vielleicht mal so einen kleinen Rundumschlag schon mal als Einstieg, um mal ein bisschen was von euch kennenzulernen, wer ihr seid, um wen es heute geht. Okay, ich versuche mal nicht zu weit abzuschweifen. Wir sind Mütze Katze und es gibt es offiziell sogar schon seit 2007. Mittlerweile irgendwie in der zweiten Generation an Katzen. Natürlich ist der Mist mal auf der Idee der zwei Erfinderkatzen gewachsen. Noch vor Jahren, 2007, da war ich gerade zwölf Jahre alt. Deswegen sagte ich zweite Generation. Und was wir machen, was wir sonst noch machen, außer Partys abzureißen mit Konfetti und Glitzer und viel Feuer auf der Bühne, produzieren wir seit 2020 eigene Musik. Da hatten wir unsere Debütsingle Scheißegal, ich feier, die glaube ich auch für eine Debütsingle verhältnismäßig gut läuft, nach wie vor. Genau, und jetzt Stück für Stück hauen wir weiter Sachen raus. Wir machen eigene Remixe, also sozusagen inoffiziell, wenn man so will, die wir auf unseren Shows spielen, die wir aber nicht offiziell veröffentlichen dürfen. Genau, sowas machen wir. Was machen wir noch? Ja, ganz viel verrückten Kram. Wir haben während Corona Podcast gemacht, wir haben während Corona gestreamt und sind ziemlich in ganz Deutschland unterwegs, auch in Österreich, auch in der Schweiz. Man findet uns auf Festivals, in Clubs, bei Open Airs, auf Dorfpartys, auf Zeltpartys, auf Kirmesveranstaltungen. Also ich glaube, wir sind das DJ-Team oder wir sind der DJ-Act so für die breite Masse, wirklich für alle. Also wir wollen einfach nur feiern, abreißen und alle dabei mitnehmen. Ja, geil, also immer auf gute Laune gestimmt. Genau. Danke dir schon mal dafür. Ich habe uns ein Thema heute mitgebracht. Okay. Ich überlege mir immer sehr spezifische Themen und ich habe was Interessantes, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, gerade weil ihr ja auch so bunt, wild und schrill auf der Bühne seid. Leute, wirklich schaut mal auf Instagram nach, wie die so aussehen, wie sie sich präsentieren. Das ist wirklich abgefahren. Also jeder, der irgendwie ein bisschen Party und Glitzer liebt, der wird Mütze Katze auf jeden Fall feiern. Und zwar habe ich Zukunftstechnologien und kreative Ideen im Bereich von Entertainment. Also vielleicht, wie kann uns künstliche Intelligenz nutzlich sein dafür oder was könnte man noch an Show-Effekten für die Bühne haben, was wir jetzt noch nicht haben, was könnte da zukunftsrichtig sein. Genau, vielleicht selbst auflösendes Konfetti. Ey, wirklich immer ein Thema. Wirklich super, super spannend. Das ist ein Thema, also generell Show-Effekte und Erweiterung von Show-Effekten und Nachhaltigkeit. Gerade bei unserem Fußabdruck sozusagen, den wir hinterlassen mit unseren ganzen Show-Effekten, ist das ein Thema, worüber wir oft schon reden oder aktuell auch reden und viel nachdenken. Das ist ein sehr guter Rahmen für den Podcast heute. Ich glaube, da gibt es so ein paar Ideen. Ja, also worüber, was ich da ausschließen würde, schon mal wäre auf jeden Fall Biotechnologie oder sowas oder Quantenphysik. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von mir über Live-Mapement im Entertainment-Bereich. Vielleicht für alle, die, genau, die euch auch noch nicht kennen und uns zusammen noch nicht kennen. Ich war ja auch schon in einigen Musikvideos bei euch dabei. Korrekt. Wann weißt du oder kannst du dich noch daran erinnern, wann wir uns das erste Mal kennengelernt oder getroffen gesehen haben? Das müsste dann beim Videodreh von Berlin in Luft gewesen sein. Ja, richtig. Tiefste Corona-Zeit. Wir hatten, ich weiß es noch, wir haben das Süß war gestern gemietet, alle mit Test. Wir haben eine Party-Szene gedreht, glaube ich, mit 30, 40 Leuten. Cherry war da und hat coole Licht-Action gemacht und ja, wir hatten danach auf jeden Fall fast alle Corona. Echt, ja? Stimmt, stimmt, da gingen ja die Nachrichten rum. Stimmt, tatsächlich. Das war leider ungünstig, aber das Ergebnis war gut. Das Video ist sehr, sehr cool. Ja, und ich glaube, da haben wir uns kennengelernt. Das ist so die erste Erinnerung, die ich jetzt an dich habe. Ich persönlich. Ich weiß nicht, ob Paul dich vielleicht sogar schon erkannte oder andere aus dem Team. Ja, genau, mit Paul. Und ich kann es gerade gar nicht mehr sagen, wenn auch noch mal war, musste ich mal die Fotos checken. Die habe ich auch schon früher kennengelernt. Ich war in Berlin-Wannsee-Wann? Nee, Potsdam. Potsdam. Waschhaus. Waschhaus? Nee, war am Wasser. Ach Quatsch, ja, okay. Okay, am Wasser, Potsdam, Wasserskipark? Nee, was ist denn das? Ah, wie heißt das? Weiß auch gerade nicht. Auf jeden Fall, in Potsdam, am Wasser, ist ein Outdoor-Festival gewesen. War auch noch zu Corona-Zeiten. Ich weiß noch, weil es durften gar nicht so viele Leute aufs Festival. Und so wenig wie da waren, war es trotzdem Quatsch, weil sich natürlich alle vor die Bühne gedrängt haben und am Ende trotzdem alle ganz nah beieinander waren. Und eigentlich war ich gebucht zu DJ Tomic. Und erst ist DJ Tomic aufgetreten und danach seid ihr aufgetreten. Von daher mit diesem Übergang, ich hatte zum Schluss noch Flammenwerfer gespielt und so weiter. Und dann war dieser fließende Übergang, wo ihr dann angefangen habt mit eurem Countdown und so weiter. Und ich dachte so, boah, wie geil ist das? Der what the fuck, wer kommt denn jetzt, bitte? Also ihr habt bei mir einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall. Ich habe es extrem gefühlt. Ich wollte gar nicht von der Bühne gehen. Ich wollte direkt mit weitermachen. Das ist cool, ja. Dankeschön. Das ist genau der Effekt, den wir erreichen wollen. Ich glaube, so habe ich dann euch auf jeden Fall einen Follower dagelassen, sodass wir dann immer noch auch in Corona-Zeiten da zusammen die Connections hatten. Ja, aber spannend. Da lerne ich auch noch was dazu. Also so wusste ich nicht, dass diese Connection so entstanden ist. Ich dachte irgendwie, weiß ich nicht, ihr kennt euch einfach. Weißt du, man kennt ja manchmal so Leute und du weißt nicht, woher. Und du kennst die einfach so. Ich dachte, so war das bei dir und Paul. Ja, manchmal muss man echt überlegen, woher man die Leute kennt. Aber da erinnere ich mich sehr gut dran, weil ich wirklich so begeistert davon war. Jemand einfach, der kommt und reißt wirklich ab mit dieser extremen Power und Stimmung und eine Konfetti und Glitzer. Das ist, was ihr mitbringt halt. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, das Ganze so schrillend, so bunt zu machen? Das hat sich so entwickelt über die Jahre. Also der ausschlaggebende Faktor war die Musik. Also die Idee war, ey komm wir, Mütze Katze hat am Anfang auch gar keine Ahnung von Musik oder von Auflegen oder irgendwas gehabt. Die Idee war die, dass die Jungs, also Paul und Fabian, die das initiiert haben, gesagt haben, die haben Partys veranstaltet und irgendwann gesagt, ey komm, wir wollen wenigstens mal eine halbe Stunde oder eine Stunde selber auflegen und den größten Mist, den größten Trash spielen, der uns so in den Sinn kommt. Total zufällig, ohne irgendein System, ohne irgendwelche Übergänge, einfach so, wie es passt vom Vibe her. Und der Vibe war anscheinend aber geil und die Leute haben es gefeiert. Und da haben sie gedacht, ey, da müssen wir irgendwie mehr draus machen. So, dann ist irgendwie dieses Projekt entstanden und gewachsen. Die beide haben das auch gegründet, ja? Die beiden haben es gegründet, genau. Und dieser Name, Mütze Katze, ist natürlich zurückzuführen sozusagen auf was anderes. Du wirst jetzt nicht was, kannst du das erklären? Kann man ja mal googeln, Katze klingt ja so ein bisschen wie die Menschen, die wenig Haare haben oder keine Haare auf dem Kopf haben. Ja. Und das rührt her von einer After Hour und von einem Versprecher, von einem guten Freund, der gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause und mach Mütze Katze. Und da ist dieser verrückte Name einfach geboren. Und dann ist es halt gewachsen, so okay, da war der Name da, Mütze Katze, ey, dann ziehen wir mal Hello Kitty Shirts an und setzen uns irgendwie Katzenohren auf. Und die Trashmusik damals waren ja irgendwie 90er, die da gespielt wurden. Und dementsprechend kamen dann so Leggings dazu. Alles, was irgendwie so 90s-mäßig angehaucht war, was irgendwie trashig war, was irgendwie dem Look entsprach. Und das Kostüm ist seitdem gewachsen und wächst immer noch und verändert sich stetig. Also wenn ich mir Fotos von uns angucke von 2019 noch, von vor Corona und Fotos von jetzt anschraue, das ist ein Weltenunterschied. Das ist total verrückt, wie dieses Kostüm immer weiter wächst. Und das liegt aber auch daran, weil wir immer, weiß ich nicht, also einer von uns aus diesem großen Team von sieben Leuten hängt irgendwie immer im Internet. Natürlich hängt jeder immer im Internet, aber schaut irgendwie nach Erweiterungen, was kann man noch anziehen, was kann man austauschen, was ist cooler. Wir waren ja mal total auf Hello Kitty, das ist jetzt komplett weg. Überall ist unser eigenes Logo drauf, was ja natürlich viel mehr Sinn ergibt. Genau, und sind so ein bisschen weggekommen von dem kompletten Trash, natürlich weiterhin bunt und verrückt, aber zu irgendwie einem komplett eigenen Outfit. Ja, sorry, ich bin jetzt voll abgeschweift gerade. Nee, super interessant. Also an demnächst möchte ich dich darum bitten, alles fototechnisch am Sonntag festzuhalten auf Instagram, aber am Ende muss ich dich noch bezahlen für die Arbeit. Und wie bist du eigentlich mit Paul und Fabi zusammengekommen und dann, dass du letzten Endes auch mit ins Team eingestiegen bist? Es war so, dass sich ein alter Kollege aus dem Team verabschieden wollte, der anderen Projekten nachgehen wollte und man musste diese Stelle kompensieren. Und ich war zu der Zeit so Studi-DJ, hab gerade so mein Studium angefangen und hab halt mal hier und da so einen Studentenclubs aufgelegt und war gerade so am Anfang. Und Münze Katze kannte ich natürlich schon, das war schon ein Name. Ich war schon auf Partys mit Münze Katze, ich hab schon für Münze Katze Warm-Up gespielt, also es war mir absolut ein Begriff. Und Münze Katze hat damals über Insta-Show-Praktikanten in Anführungszeichen gesucht, also unter einem Vorwand Leute gesucht, die irgendwie reinpassen. Und da hab ich, das hab ich das erste Mal gesehen und schon überlegt und dachte, ach nee, da kommt eh nix zurück, weißt du, bei so einem großen Act, wenn man sich da meldet, das ist ja eh nur Schall und Rauch. Dann hab ich's nochmal angezeigt bekommen und dann hab ich gesagt, komm, jetzt schreib's dann einfach mal. Dann hab ich geschrieben und sofort eine Antwort bekommen. Ja, hm. Und wirklich auch sofort mit der Sprache rausgerückt. Ja, wir suchen eigentlich ja jemanden fürs Team so, ne? Nicht Show-Praktikanten, sondern wir suchen jemanden fürs Team, war so der Ausspruch. Und würdest du nicht mal ein Bewerbungsvideo fertig machen? Ich, Medienstudent, sofort mich hingesetzt, Kamera aufgestellt, Bewerbungsvideo fertig gemacht, hingeschickt. Und eine Woche später war ich auf der ersten Show als sozusagen Gastkatze mit dabei. Und wieder eine Woche später war ich im Team. Geil. Das ist die Geschichte. Geil. Ja, manchmal passt das. Ja, genau. Es hat wirklich einfach Faust aufs Auge, Topf auf Deckel, nee, Deckel auf Topf, so rum, hat's gepasst, ja. Genio. Deshalb hast du den Spitznamen noch Praktikant. Richtig. Ich bin immer noch bei Paul und ich bin seit fünf Jahren in diesem Team und mit irgendwie treibender Kraft und immer noch heißig Floh-Praktikant in seinem Handy. Ja, genau. Witzig. Wie bist du denn damals eigentlich dazu gekommen oder überhaupt auf die Idee zu kommen, Musik zu machen, DJing zu machen? Wie sind denn da deine Berührungspunkte? Okay, das ist eine ganz andere Entstehungsgeschichte als bei Mütze Katze natürlich, wenn ich jetzt von mir privat berichte. Ich war so, meine ersten Berührungspunkte mit so elektronischer Musik oder so mit Festival Musik hatte ich so 2012, 13 rum und da war, da ist Tomorrowland richtig groß geworden und da waren die Tomorrowland-After-Movies immer so das, worauf man irgendwie gewartet hat, was man sich unbedingt anschauen wollte und ich hab einfach diesen Vibe so gefeiert und diese Musik so gefeiert und hab gesagt, ich will das auch irgendwie, ich will Teil davon sein, ich will das zelebrieren und aus dem Grund hab ich eigentlich angefangen, so noch damals mit einem Kumpel zusammen, irgendwie zusammengelegt, für 50 Euro so einen Mini-Plastik-DJ-Controller gekauft und da zu Hause mal so ein bisschen rumprobiert, wie das denn so funktioniert und dann einfach dabei geblieben. Also musikalisch hat sich das natürlich komplett verändert, ich feiere diese Musik immer noch, die ist jetzt so ein bisschen outdated heute oder hat sich deutlich weiterentwickelt, aber das war der Grund, warum ich angetreten bin. Musikalisch hat sich eine ganz andere Richtung entwickelt, was aber völlig okay ist. Mit der Katze auf dem Tomorrowland, siehst du dich da? Ey, du wirst lachen, aber Peter Wackel, Malle-Künstler seines Zeichens, den haben wir letztens getroffen und der hat uns erzählt, er spielt auf dem Tomorrowland. Also da gibt's ja nicht nur diese eine Mainstage, sondern 100 andere Mini-Bühnen und er spielt auf dem Tomorrowland. Verrückt. Ja, also das ist gar nicht so abwegig, muss ich sagen. Das ist ja verrückt. Wie war dein erster Live-Auftritt und wo war der? Mit Mütze Katze oder, ja mit Mütze Katze würde ich mal bei dem Thema bleiben. Ich war, wenn man so will, als Gastkatze zum ersten Mal dabei, das muss im Februar gewesen sein, in Buko, Buko bei Besko und da ist so ein Fastnachtsverein, also das ist auch so eine Faschings-Karnevalssache, so wie jetzt gerade wieder losgegangen ist. Und da war ich auf so einer richtig schönen brandenburgerischen Zeltparty, die war wirklich grandios. Also die Stimmung auf so Dorfpartys und Zeltpartys ist einfach eine andere. Die sind einzigartig, ja. Und das war so meine erste Show, wo ich mal reingeschnuppert habe. Die erste eigene Show, kann ich mich auch noch daran erinnern, die ich dann als Katze gespielt habe, war in Ludwigsfelde. Da heißt es Kulturhaus oder so. Also auf jeden Fall auch nicht weit hier von Berlin. Und ich weiß noch, wie ich, also Mütze Katze ist ja auch auf der Bühne Ausdauersport, also Vollgas und Springen und Raven. Und ich weiß noch, wie ich nach 15 Minuten zu Paul gegangen bin, in das DJ-Pult und gesagt habe, Paul, ich kann nicht mehr. Kannst du mich bitte mal ablösen? Lass mich mal die Musik machen. Ich kann nicht mehr. Also ich war überhaupt nicht diese Power und dieses Pensum gewohnt. Da musste ich auch erst mal reinwachsen. Ja, das war die erste Show in Ludwigsfelde. Kann ich mich gut daran erinnern. Wie ist das heute mit dem Power und mit dem Pensum? Musst du da nebenbei für Sport machen oder läuft das einfach aufgrund der Routine der Shows? Ich mache nebenbei auch Sport, aber Mütze Katze ist also sozusagen eines der wöchentlichen Workouts und ich kann mir die Kraft mittlerweile viel, viel besser einteilen und habe schon auch noch Muskelkater am Montag und Dienstag. Aber es macht einfach super viel Spaß. Also kann gut durchziehen mittlerweile. Immer geschwitzt, immer durchgeschwitzt, egal wo. Ob draußen, drinnen, Sommer, Winter, kalt, immer durchgeschwitzt. Sonst hast du keine Mütze Katze Show gemacht, wenn du nicht geschwitzt hast. Ja, aber dann genau dann. Da hast du ja was gemacht. Und seid ihr bei Mütze Katze alle fest für Mütze Katze da oder macht jeder noch eigene Projekte oder hat vielleicht sogar noch einen anderen Beruf? Tatsächlich haben alle aktuell, bis auf ich, noch andere Berufe. Also alle arbeiten in einem Hauptjob tatsächlich. Also auch total durch die Bank weg. Wild gefächert irgendwie Möbelbranche, Autoindustrie, Einzelhandel, Eventveranstaltungen. Also wirklich ganz, ganz wild gefächert ist das. Genau. Und ich bin seit Anfang des Jahres tatsächlich, so kann man sagen, für Mütze Katze 100 Prozent da. Auch nicht ganz 100 Prozent. Also ich bin halt auch noch, ich bin noch eigener DJ, ich bin noch Solo-DJ, habe da auch noch viele Bookings. Genau. Aber die Zeit, die ich unter der Woche habe, investiere ich in Mütze Katze und natürlich dann auch auf Shows am Wochenende. Und bist du denn im Auftrag von Mütze Katze unterwegs oder wirklich als du? Als Solo-DJ bin ich unterwegs. Also das hat mit Mütze Katze nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Projekte. Okay. Magst du uns da auch mal einen einweihen? Wie heißt du denn als eigener DJ? Als Solo-DJ heiße ich Florence und bin ganz klassischer Club-Resident. Also der DJ, der von vorne bis hinten so einen ganz normalen Club einfach bespielt. Hauscharts Mainstream gemixt, all mixed music sozusagen. Fünf Stunden von 0 bis 5 Uhr. So ganz, ganz standardmäßig. Ja, cool. Aber es ist doch schön, von seinem Traumberuf leben zu können so weit, oder? Ja, absolut. Also das war das, was ich wollte. Anfang des Jahres war meine Idee, ey, ich will das ausprobieren. Als man gemerkt hat, alles geht wieder los und die Anfragen überschlagen sich irgendwie, war meine Idee, ey, ich probiere es jetzt aus. Mich anstellen lassen und in einem richtigen Job, also richtigen Job, in Anführungszeichen. Ich finde das auch ein richtiger Job, was ich mache, weil ich damit ja Geld verdiene. Aber ich kann mich immer noch irgendwo anstellen lassen, wenn das jetzt nicht mehr funktioniert. Ich habe einen Abschluss gemacht, ich habe einen Studienabschluss gemacht, habe Berufserfahrung und dann könnte ich mich auch. Den Gedanken habe ich total oft. Ich habe damals, ich habe eine Ausbildung gemacht als Fremdsprachenkorrespondentin und war unter anderem auch beim Auswärtigen Amt, hatte da ein Praktikum eine ganze Zeit lang. Und dann habe ich ganz oft gedacht, wie ich mich dagegen entschieden habe, das zu machen, so in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich ganz lange gedacht, okay, wenn das nicht klappt, gehst du halt wieder zum Amt. Ganz einfach. Und später, dann hatte ich immer mal so Nebenjobs, gerade im Winter lief es halt noch nicht so rund, zum Beispiel in der Hotellerie oder ich habe auch mal bei IKEA als Einpackerin gearbeitet und dann war immer der Hintergedanke, wenn es nicht läuft, gehst du wieder zurück hier. Oder wenn es nicht läuft, dann warst du wieder das. Achso. Das Amt kommt gar nicht mehr in Frage. Nee, nee, also immer so das Letzte, was man gemacht hat. So nach dem Motto, dass du noch so ein Hintertürchen hast. Aber eigentlich bringt dieses Hintertürchen in dir, weil du musst ja vorwärts gehen, nicht zurück. Genau. Was hast du als Ausbildung oder was hast du vorher gearbeitet? Ich habe Medienwissenschaften studiert und habe darin auch einen Abschluss gemacht an der Uni. Bin sogar noch, also theoretisch auch noch eingeschrieben im Master, den ich seit zwei Jahren irgendwie ruhen lasse, weil halt andere Sachen zu tun sind. Ja, und habe dann in Agenturen gearbeitet. Als Content-Manager fürs Wirtschaftsministerium, Webseite betreut. Also auch völlig wild durch die Bank weg. Als Content-Manager fürs Wirtschaftsministerium, das klingt wie spätig. Also Content-Manager darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie Social-Media-Manager, sondern jedes Ministerium in Deutschland hat ja eine eigene Webseite, wo einfach die ihre Infos, ihre Arbeit präsentieren. Und das habe ich gemacht. Ich habe deren Webseite betreut und mit Inhalten bespielt. Die ganzen Tage da irgendwie Mails bekommen und telefoniert. Und ja, Herr Ende, das muss jetzt auf die Webseite bitte drauf. Machen Sie das bitte mal in den nächsten 20 Minuten Pressemitteilungen veröffentlicht. Solche Sachen. Also so viel im Public-Bereich. Total langweilige Agentur. Kacke eigentlich. Also mir hat es Spaß gemacht. Aber wenn man darüber erzählt, ist es so, ja, okay. Also da ist DJ der coolere Beruf. Ja, naja, klar. Da lebt man mehr als Abwechslungsreich. Ja, aber grundsätzlich ist es doch ein guter Beruf. Also da stelle ich mir, gibt es bestimmt Jobs, die schlimmer sind. Ich finde zum Beispiel Klofrau für nicht ein krasser Job. Ich würde es nicht machen wollen. Respekt für die Klofrau. Ja, voll. Aber irgendwie auch ein spannender Job. Kommt natürlich drauf an, wo. An so einer ekligen Ausrufbahn-Ratzstätte wäre ich zum Beispiel auch nicht gerne Klo-Mensch. Da denke ich dann immer dran, ja. Ja, aber so in einem coolen Club, ich glaube, das ist so eine richtige Institution. Wenn du da eine richtig coole Klofrau oder Mann hast, ist das so, ist das richtig geil. Also ich kann mich auch erinnern, in dem ersten Club, wo ich immer hingegangen bin, die Klofrau war Legende. Die war einfach, die haben alle geliebt. Die hat an diesem Abend mehr Fotos gemacht als der DJ mit Leuten. Also die wurde immer nach Fotos gefragt und so. Total cool. Und wir hatten ja auch mal zu Corona einen Podcast dann gemacht. Da wollten wir auch unbedingt mal eine Klofrau ans Mikrofon bekommen. Haben wir leider nicht geschafft. Also falls du das irgendwann mal hinbekommst, hier eine Klofrau dir ranzuholen, ich würde auf jeden Fall einschalten. Also Leute, wenn ihr Empfehlungen habt für eine coole Klofrau, dann schreibt mir das gerne mal auf Instagram, cherryjam.podcast. Weil ich kenne da keine coole Klofrau. Also ich weiß damals von den wirklichen Clubzeiten, da waren dann schon die Klofrauen oder Klomänner, die dann schon cool waren, weil man hat sich dann so verstanden und dann haben die auch so eine Handshake oder keine Ahnung was. War lustig, aber weil die waren jetzt nicht so, wie du es beschreibst. Okay. Ne, also weiß ich nicht. Ich hab immer das, ich hab die immer nur als coole Leute. Ja, eigentlich nicht, ne. Also ich weiß nicht, ob sowas vielleicht sogar mit Corona gestorben ist. Ich glaub mit Corona hast du viel gestorben. Ja, das lassen wir mal so stehen auf jeden Fall. Halt, stopp. Nicht lustig. Oh, ich hab eine Ablänge. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Corona-Teil, Klofrau, Party. Viel gestorben. Das ist das, was ich in Erinnerung bin. Ach so, ich weiß überhaupt nicht. Zukunftstechnologien. Wir waren letztes Jahr in Amsterdam zur TwitchCon und da ist es so, dass man kaum Bargeld dabei hat, sondern man bezahlt eigentlich alles irgendwie per Auflegen, wie ein DJ, aber anders. Also per, wie soll ich das? Kontaktlos, genau. Und selbst die Klofrau, die hat selbst Kontaktlos genommen. Ach, ist ja cool. Ich find das so cool. Das ist ja Wahnsinn. Ja, voll gut. Das ist fast so ein bisschen wie, also jetzt überhaupt nicht despektierlich. Also völlig anderes Thema, aber das bringt mich gerade so darauf, wie wenn du auf der Straße nach Geld gefragt wirst und du sagst nicht, sorry, ich hab kein Kleingeld und dann jemand mit einem Kartenlesegerät da steht und sagt, nee, ist nicht stimmt, ich hab auch ein Kartenlesegerät. Das ist schon wieder ganz schumarkar irgendwie. Aber ist auch sehr zukunftsorientiert. Ob die Reise dahin gehen wird? Ja, das ist schon easy. Hast du schon mal, nee, wie macht ihr das bei euch mit eurem Abkassieren? Macht ihr auch sowas, so Cash and Go hier mit Karte und so? Bei manchen Veranstaltern sollte man sich das überlegen, ob man das wirklich so macht. Vielleicht kannst du ja auch ein Lied davon singen, manchmal wartet man halt einfach ein bisschen auf sein Geld. Wir wurden schon auf unterschiedlichste Weise bezahlt, tatsächlich. Am liebsten haben wir uns natürlich einfach, wir schreiben eine Rechnung und das wird überwiesen und alles gut. Aber es gab auch schon so Bookings, wo wir danach in den Raum zitiert wurden, so ein bisschen wie bei der Pate irgendwie und uns dann mit dem Chef an den Tisch gesetzt haben und der gesagt hat, hier, so, zack. Und hat dann die Scheine vorgezählt und dann sind wir mit so einem dicken Umschlag nach Hause gegangen, weißt du. Scheine sämtlicher Art, so, weißt du, direkt aus der Einlasskasse rausgenommen. Sowas gab es auch schon. Sowas hatte ich auch schon, da hat er seinen riesen Tresor da, da war ich auch noch alleine mit dem im Raum, hat er seinen riesen Tresor da aufgemacht und dann die ganze Scheine rausgehört, okay. Sag, Hubert, sag, ja. Ja, da läufst du mit so viel Geld raus, okay. Das ist auch mega unangenehm, du trägst in dem Moment so viel Verantwortung, du hast ja dann die Kohle bei dir und die muss ja dann auch irgendwo hinkommen, ins Büro, zur Buchhaltung, aber die siehst du ja nicht jeden Tag oder jede Woche, sondern halt irgendwie dann, wenn es mal passt und dann rennst du halt mit der Kohle rum, das ist mir total unangenehm, also ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Also ich finde es tatsächlich auch am allerschönsten, wenn man einfach sagt, also so mache ich das es auch mit den meisten Kunden tatsächlich, dass ich sage, man macht die Bezahlung einfach vorher, weil dann ist alles erledigt. Für die ist alles erledigt, für mich ist alles erledigt, man hat einfach nur noch das Event, man hat Spaß, wir geben Power und die brauchen sich auch um nichts mehr eine Platte machen und dann ist alles weg vom Tusch. Aber ja, hat man halt nicht immer, ne? Ne, gibt's, aber man wird ja auch professioneller, ne? Man weiß dann irgendwann, wie man damit umgeht und entwickelt da so seine Mechanismen. Hattet ihr schon mal irgendwie Probleme mit Veranstaltern, was sowas angeht? Also ihr müsst ja keine Namen nennen, aber… Ja, absolut, klar. Also teilweise kann ich jetzt gar nicht so ins Detail unbedingt gehen, aber teilweise auch schon bis vor einen Anwalt irgendwie und dass man halt wirklich über ein Gerichtsverfahren die Kohle dann irgendwann reinholt oder halt auch nicht, dass man eine Mahnung rausschickt zum Beispiel ist ganz alltäglich fast. Also dass du sagst, ey, hier erste, zweite, dritte Mahnung oder letzte Mahnung, wie auch immer. Das passiert schon. Aber es ist auch traurig, dass es gerade im Dienstleistungsgeschäft so normalisiert wird. Ich krieg das mit, also toi, 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 ich muss nicht viele Mahnungen schreiben, gerade weil ich zusehe, dass ich alle animiere, schon vorher zu bezahlen. Aber es ist halt gerade, wenn man das nicht macht, die Leute lassen sich Zeit, manchmal auch gar nicht absichtlich oder so, oder so, hoppla, schon wieder vergessen, hoppla, schon wieder vergessen und das kann, weiß ich nicht, weil ich komme ja auch zur Show mit vollem Equipment, mit voller Montur, bin top vorbereitet, gebe immer über 100 Prozent und dann zu sagen, so, hoppla, habe ich vergessen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das ist aber genau der Punkt, der richtige Punkt, den du ansprichst. Man muss selber natürlich professionell bleiben und das hast du ja in der Veranstaltungsbranche nicht immer, du hast nicht immer mit Vollprofis zu tun, gerade wenn du, ich habe ja gesagt, so Zeltpartys, legendär, immer gut organisiert, weil immer irgendein Verein zum Beispiel dahinter steht, aber manchmal hast du ja auch einfach, ich sage mal, Laienveranstalter, die jetzt irgendwie sagen, ey, ich habe jetzt hier ein bisschen Geld zum Investieren, ich würde gerne mal eine Party machen, weil mir das irgendwie Spaß macht und die ziehen das auf und buchen ein und buchen vielleicht noch einen anderen DJ und Catering und dies und das, machen Vorverkauf und dann läuft es nicht so und dann verkalkulieren die sich total und das ist ja überhaupt nicht schlimm, da muss ja jeder auch seine Erfahrungen machen und wenn es sowas nicht geben würde, dann hätten wir ganz viele Veranstaltungen nicht, auch nicht im ländlichen Raum, weil sowas passiert halt oft einfach eher so in kleinen Städten oder im ländlicheren Raum, wo sich Leute mal ein Herz fassen und sagen, ey, ich veranstalte mal was und die darf man ja auch absolut nicht entmutigen mit sowas, das ist für einen DJ-Team aus der Sicht eines DJ-Teams natürlich immer nervig, wenn man dann irgendwie auf seine Kohle wartet oder dann noch ewig hin und her diskutieren muss, aber man muss auch einfach die Veranstalter-Sicht so ein bisschen einnehmen, genau, wenn sowas gehäuft passiert, es gibt Veranstalter, mit denen wir zusammengearbeitet haben, da ist sowas einfach gehäuft passiert, dann weißt du nach dem zweiten Mal, okay, dann arbeiten wir vielleicht nicht mehr zusammen in Zukunft, aber wenn sowas halt einmal vorkommt, wenn man zum ersten Mal zusammengearbeitet hat und dann heißt es, ey Leute, irgendwie, das lief doch nicht so wie geplant, ihr müsst mir noch ein bisschen Zeit geben, dann ist das so, also Hauptsache die Veranstaltungen finden statt, das ist ja einfach wichtig, dass diese Kultur erhalten bleibt. Ja, interessante Sichtweise, finde ich. Ja. Nicht schlecht, also ich muss nicht sagen, nee, so die Sichtweise hatte ich glaube ich noch nicht gerade mit den kleineren Veranstaltungen, aber stimmt ja, ist ja genau so. Und letzten Endes, was wären wir alle ohne Veranstaltung, das haben wir ja zu Corona-Zeiten genüge gemerkt. Eben, ja, genau. Und das waren, das muss man auch sagen, diese laienhafteren Partys waren die ersten, die wieder stattgefunden haben, weil die sich nicht so viele Gedanken machen, die haben gesagt, ey, okay, wir haben die Rahmenbedingungen hier, wir versuchen das alles irgendwie einzuhalten, wir machen uns jetzt nicht so viele Gedanken ums Ordnungsamt oder so, weil wir sind ja auf dem Land, da kennt jeder jeden, Ordnungsamt, weiß ich nicht, die sind selber da zum Feiern, privat, so, alles gut. Und das waren die Pioniere sozusagen nach Corona. Kannst du dich noch so an die erste, quasi die Corona-Krise insgesamt ging ja sowas um die drei Jahre, aber so diese, diese erste Sperrzeit 2020 war ja der, der Spätwinter und Frühling so die Richtung. Kannst du dich noch daran erinnern, als es sich gelockert hat, was war da euer erster Gig wieder? Du meinst so zwischendrin, es war ja, es hat sich ja zwischendrin einmal gelockert. Genau, also 2020 so Frühling, bis Ende Frühling war ja so noch ziemlich viel dicht und dann ab Anfang, Mitte Mai ging es los, dass es ein bisschen lockerer war, dass man wieder was machen kann. Dann ging über den Sommer die Veranstaltung, bis es dann im Winter wieder alles dicht war. Okay, ja, stimmt. Also wir sind, sind ja aus dem Boden ganz viele Streams geschossen, DJ Streams. Und da waren wir viel, das würde ich jetzt aber auch mal nicht als Veranstaltung in dem Sinne bezeichnen, weil es ja kein Live-Publikum hatte. Ich glaube tatsächlich, diese erste Veranstaltung war auch hier irgendwo im Raum Berlin, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wo. Das war auch so ein 90er Open Air mit so Kästen, Bierkästen, rote Bierkästen waren da aufgebaut zu so Inseln und dann hattest du wie so ein großes Open Air Feld, wo effektiv aber vielleicht nur 500 Leute oder so waren, die alle so in ihren kleinen Carrés da gefeiert haben und die hatten dann quasi alle ihren nötigen Abstand zueinander, diese einzelnen Kisten, weil man durfte ja mit so und so vielen Leuten irgendwie in Kontakt sein, also völlig verrückt und da kriegst du natürlich, also kriegst du keine Stimmung rein so richtig, also das war, da weiß ich noch, weil wir leben ja auch davon, dass wir zu den Leuten gehen, ins Publikum rein, Sachen verteilen, Fotos machen, Berliner Luft ausschenken, das fällt dir natürlich erstmal völlig flach, dass du da eine Flasche von Hals zu Hals irgendwie reichst. Wir sind da noch mit Maske durchs Publikum gelaufen, also völlig crazy, danach die Schminke total verwischt, also Mützekatze schminkt sich auch, für alle, die das nicht wissen, muss ja auch nach Katze aussehen. Das war, also, weiß nicht, will ich nicht zurückhaben. Klar, man hat, man hat gemacht, was man machen konnte und hat sich angepasst, aber jetzt ist es schon einfach wieder viel, viel schöner. Ja, ja. Was glaubst du oder was merkst du für euch oder dich, was hat sich geändert durch die Corona-Zeit? Merkst du so Änderungen zu euren Bühnenshows oder zu den Leuten, dass die vielleicht irgendwie anders sind? Ja, unsere Fanbase hat sich verändert, beziehungsweise die Leute, denen wir auf den Partys begegnen. Wir kommen ja sozusagen aus diesem 90er-2000er-Segment und das war auch das Zielpublikum noch lange. Also alle irgendwie Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, die wir damit abgeholt haben mit 90er-Partys und das sind, glaube ich, die Leute, die dann irgendwann während Corona gemerkt haben, ich brauche das eigentlich nicht, dass ich regelmäßig in den Club gehe, alle zwei Wochen oder jedes Wochenende irgendwie feiern gehe. Das ist irgendwie nicht mehr nötig. Die haben neue Hobbys für sich entdeckt, die haben, weiß ich nicht, Haus gebaut, Familie gegründet, was auch immer. Stimmt, das haben wirklich viele. Ja, hast du recht, plötzlich, ja, ein Kind jetzt. Man hat sich halt so seine eigene Projekte geschaffen und andere Prioritäten gesetzt und da ist echt eine große Zielgruppe oder eine große Masse an Menschen weggebrochen, die so um die 30, Mitte 30, Richtung 40, sage ich mal, waren, die in der Zeit erwachsen geworden sind, wenn man es so sagen will und die jetzt vielleicht noch einmal im Monat oder vielleicht alle sechs Wochen mal feiern gehen und da hat sich das Publikum maßgeblich verändert, finde ich. Also das ist deutlich jünger geworden und du merkst, so die 90er vor allem, es funktionieren nur noch die Hits. Du kannst nur noch Banga-Boys spielen und weiß ich nicht, La Moe Toujours und Zombie Nation, also so die Sachen, die irgendwie jeder kennt, mit irgendwelchen B-Seiten, da brauchst du nicht mehr ankommen. Da haben sie jünger die Leute, naja, natürlich, die sind ja nicht in der Zeit aufgewachsen, die kennen das alles nicht, nee. Aber ich finde es trotzdem auch ganz interessant, dass die Musik so weitergereicht wird, dass es halt nicht nur, ich sag mal jetzt mal, unsere Generation so betrifft, dass wir das so feiern, sondern halt wirklich auch noch die davor und die davor dann irgendwann. Das wird alles so weitergereicht, die ganze Musik. Ja, das auch, ne, also der Musikgeschmack ist ja so krass divers geworden und das merke ich auch als Solo-Club-DJ. Es wird von Jahr zu Jahr weniger an aktueller Musik, die man mitnimmt, die man im Club spielt, weil du merkst, die Masse kann sich nicht darauf einigen. Worauf sich alle einigen können, sind so einfach die Klassiker aus den vergangenen Jahrzehnten, 90er, 2000er, 2010er, da können sich alle mit identifizieren oder ich sag mal 90 Prozent und irgendwie 10 Prozent, die wollen, die haben dann so einen sehr eigenen Musikgeschmack, die wollen dann aktuelle Sachen hören oder aus den Jahrzehnten dann ganz spezielle Sachen und so mit dieser komplett aktuellen Musik kannst, finde ich, kannst du so in einem Mainstream-Club noch, also kannst du wenig Leute erreichen. Das ist total verrückt, ne, also ich merke das selber einfach daran, ne, du merkst ja die Crowd-Reactions, wenn du irgendwie modernere Sachen spielst, so einen Titel irgendwie aus diesem Jahr, der noch nicht so bekannt ist, juckt gar keinen, ne, und wenn du dann, was weiß ich, Low oder so von Flow Raider spielst oder Danza Coduro oder Waka Waka von Shakira. Wie sieht's aus mit so diesen TikTok-Hits und so? Also alle, die ganzen Songs, die einfach mal durch Videos viral gehen? Auch unterschiedlich, ne, das kommt dann auf die Party drauf an, aber wenn jetzt der Altersdurchschnitt ein bisschen höher ist, dann kommt's zum Beispiel auch nicht so gut an, kennst auch nicht alle. Ähm, aber wenn du natürlich auf einer jüngeren Party bist, wo die Leute Anfang 20 sind, dann absolut, dann auf jeden Fall. Ähm, aber das meinte ich ja mit der breiten Masse, so. Ähm, mit diesen, was ich gerade gesagt habe, so diese vergangenen Jahrzehnte, da kannst du halt wenigstens alle abholen, da kannst du halt 18-Jährige abholen und aber auch die Mitte 30-Jährige. Äh, das ist so eine Bandbreite und, ähm, die Leute kommen einfach nicht mehr hinterher mit Musik, ne, ich merke das selber im Freundeskreis gehabt, man hat einen Kumpel, ähm, der kennt keine neue Musik, der ist irgendwann stehen geblieben, so, mit der Musik, die er kennt und kriegt nur ganz vereinzelt, ne, dosiert immer mal einen neuen Song mit und hängt einfach so bei der alten Musik fest und wenn's ihm so geht, ne, also ich mein, ich bin ein DJ, mein Beruf ist, mich damit auseinanderzusetzen, neue Musik zu finden und zu kennen und wenn's ihm so geht, dann geht's bestimmt auch vielen anderen so. Ja, schon, ich glaub, dass es grundsätzlich so ist, dass man sich ja früher mehr beschäftigt hat, ich weiß noch, als Teenager in der Schule war ich immer die, die, ich kannte jeden Song, ich kannte jeden Interpreten, wenn man wüssten, wissen wollte, ne, wie hieß der neue Song XY und von wem ist der, ich war ein wandelndes Musiklexikon, aber kann ich heute sogar auch nicht mehr, ich kann, ne, sagen, find ich gut, find ich nicht gut oder hör das und pack in meine Playlist, aber, ne, da, ja, weiß ich nicht, ob sich da die Zeit irgendwie ändert, dass man sich damit gar nicht mehr so auseinandersetzt, früher war das schon so, da war man im Grunde, wenn man so will, cool, dass man das alles wusste, heutzutage ist so, ja, dann machst du halt Chess MN, speichelst dir in deine Playlist und dann brauchst du, du brauchst nicht mal gucken, wer es singt oder so, du brauchst nur noch Knöpfe drücken. Naja, du kannst auch keinen Eindruck damit mehr schinden, ne, weil's alles so, so kleinteilig ist, ne, wenn du da irgendwie einen Song kennst, in einer Gruppe, wo keiner den Interpreten und den Song kennt, dann ist das ja egal, also ob du das kennst oder nicht, irgendwie, ne, da bist du ja eigentlich eher so der, da wirkst du ja fast arrogant, wenn du dann sagst so, ja, was, das kennt ihr etwa nicht, so, kommt, geht mir ja ganz, ich kenne ja vielleicht ein bisschen mehr als andere Sachen und dann bist du der, der sich da irgendwie auskennt und dann fragt so, hä, das kennt ihr etwa nicht, so. Naja, und was spielst du selbst am liebsten so generell? Sind das noch damals die Sachen, die du so, äh, von, von deinen Anfangszeiten im Kopf hast oder ist es schon Mütze-Katze-Style oder vielleicht was ganz anderes? Jein, also ich bin, also wenn ich's mir wirklich aussuchen könnte, dann würde ich Haus spielen, so, ne, also alle Facetten von Haus, aber da ist in Deutschland die Community sehr, sehr klein, ähm, sehr, sehr begrenzt, da müssen wir schon nach Ibiza oder so. Oh, ich liebe Haus. Ich glaube, dass schon viele Haus lieben, aber ich glaub, die Leute, die Haus mögen, ähm, so meine, meine Eindrücke immer, weil ich merke, jemand mag das auch sehr gern, sind gar nicht so die Clubgänger, weil man Haus halt oft auch nebenbei mit irgendwas hören kann, also das, dafür musst du halt, halt gar nicht unbedingt feiern gehen, so. Genau, aber was so, was so die Vibes betrifft, ist, dass eigentlich so meine Lieblingsmusik, auch Oldschool-House, also egal, ob der jetzt älter ist oder neuer, ähm, so von den Vibes ist das mega, ich war im Sommer auf Ibiza, da hab ich gesehen, dass es, da ist es noch richtig groß, ne, aber halt hier überhaupt nicht, ähm, und wenn ich dann im Mainstream-Bereich unterwegs bin, dann bin ich absolutes 2010er-Kind einfach, ne, also ich mach auch eigene Partys, 2010er-Partys, wo ich dann halt wirklich, äh, da, weiß ich nicht, Rihanna, Katy Perry, äh, Shakira, die ganzen Hits, David Guetta, so, diese ganzen Mainstream-Hits einfach spiele und das ist halt grad genau so die Generation, so, Mitte 20 irgendwie ist, ähm, gerade feiern geht, auch Cola hat zum Feiern gehen und das ist das Publikum, was da angesprochen wird und da fühl ich mich wohl und da fühlt sich auch das Publikum super wohl, äh, das, wenn, wenn ich's mir aussuchen würde, dann halt auch das im Mainstream-Bereich, ne, das ist, das ist meine Mucke. So, und Mütze-Katze-Style ist einfach was ganz anderes, ne, das ist für mich auch so ein bisschen, also das ist Abwechslung, ne, raus, äh, Kreativität, äh, verrückt sein, äh, sich was trauen und das andere, wenn ich solo unterwegs bin, das ist halt Handwerk irgendwie, ne, das macht mir auch Spaß, aber Mütze-Katze ist halt wild sein. Wo könntet ihr euch, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja schon mal drüber gesprochen oder vielleicht hast du selbst was im Kopf, äh, wo würdet ihr gerne mal auftreten und, äh, da eine Glitzer-Eskalation hinterlassen? Mhm. Ähm, wir sehen uns eigentlich total als einen Festival-Act, ne, wir haben vorhin über Tomorrowland gesprochen, wäre denkbar, jetzt aber nicht so die erste Adresse, woran ich denken würde, ne, aber es gibt immer mehr Festivals in Deutschland, ähm, und wir müssen unbedingt auf Festivals, also das ist das, was wir wollen, wir, ähm, haben auch vereinzelt Festivals, wo wir auftreten, sind aber eher kleinere Sachen noch, aber wir wollen eigentlich echt gerne auf die, auf die großen Dinger, Sonne, Mond, Sterne, Break the Rules, Sputnik-Spring-Rake, ähm, auch verhältnismäßig kleine, ne, es gibt größere, vielleicht auch Airbeat One, wenn das funktioniert, aber das ist eigentlich die, das sind die Bühnen, die wir gerne hätten. Ja. Wo wir gerne hinwollen. Ja. Ah, die sind geil, ja. Ja. Meinst du, es wird, äh, so Thema Zukunftstechnologie, meinst du, es wird es immer geben, dass es so Live-Performances gibt? Im Sinne von, da steht jetzt David Guetta auf der Bühne und, äh, spielt sein Set? Ja. Na, gab's ja... Oder auch, dass mal durch irgendwas ersetzt wird. Naja, da kommen wir wieder zurück zu Corona, ähm, da gab's ja Überlegungen, gibt's glaube ich nach wie vor, ähm, dass du über irgendwelche Holoshows, Streamingshows David Guetta, der zu Hause in seinem Studio steht, in verschiedene Clubs projizierst und, äh, du zahlst einen Bruchteil für die Gage von David Guetta fürs Booking, äh, er spielt aber von zu Hause aus in, in sechs verschiedenen Clubs in ganz, auf der ganzen Welt, so als, als Idee. Ich glaub, ich glaub, solche Konzepte werden, ja, durchdacht, ähm... Aber ist es real eine Option, meinst du? Ich glaub, ich glaub, ich denk nicht. Also vom finanziellen Aspekt her kann ich's nachvollziehen und auch, dass man jemanden vielleicht greifbarer macht, aber so dieses, dieses Live-Happening? Ne, das ist wirklich ein Unterschied, ne, also, jeder will ja auch zeigen in der aktuellen Zeit, dass er dabei gewesen ist, ne, also, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein nerviger Faktor, ähm, du siehst halt ganz viele Leute mit Handys, gerade wenn du, äh, wenn du jetzt irgendwie krasse Acts auf der Bühne hast, oder auf irgendeinem Konzert bist, so super viele Handys, ne, weil alle wollen irgendwie teilen, ey, ich bin hier und, ne, wollen, wollen das möglichst weit verbreiten, aber es ist auch anstrengend. Bei uns ist das zum Glück nicht so krass, weil, ähm, wir haben jetzt nicht diesen Star-Appeal, sondern wir machen einfach, machen einfach eine gute Show, so, und nehmen halt die Leute mit und reißen ab, und das ist halt cool, so, voll wenige Leute haben Handys halt draußen. Echt, ja? Oder, naja, oder eher nach einer Zeit dann irgendwann, wenn die so merken, alter, krass, und das sind für gestörte Typen irgendwie, das muss ich jetzt einfach mal filmen. Eigentlich muss man das filmen. Das passiert schon und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir markiert werden in Storys und so weiter, wir reposten das ja auch gerne, ähm, aber für unsere Show ist es natürlich cooler, wenn alle mitmachen, so, für jede Show ist es einfach cooler. Und ich denke, es ist, es ist kein zukunftsträchtiges Modell, denke ich, weil, wie gesagt, ich war, ähm, als ich im Sommer auf Ibiza war, ähm, war ich auch bei David Getter und du kannst dir nicht vorstellen, wie die Leute durchgedreht sind. Also, dieser Floor war maßlos überfüllt, von allen Seiten sind die Leute reingedrängt, alle mit Handys und alle wollten unbedingt David Getter sehen, anfassen, filmen irgendwie und, und das aufsaugen, ne, und live ist einfach was völlig anderes. Ja, ist es ja eigentlich immer, ja. Also, bei meinen Shows ist es auch oft so, ähm, für alle, die sich nicht mehr daran erinnern, hallo, ich mache Feuerlicht- und Pyro-Shows. Und gerade bei den LED-Lichtshows, da habe ich ja, ähm, Dinge, die ich quasi in die Luft male, projiziere, jongliere, wie rum auch immer. Und du kannst es nur mit den Augen richtig gut sehen. Es ist einfach so. Also, du musst eine Profikamera haben, du willst die genauen Einstellungen kennen, vielleicht noch kurz reinblitzen, damit ich dann auch nicht verwackelt bin. Also, du musst im Grunde ganz viele Parameter kennen, um das Gute festhalten zu können auf einer Kamera. Von daher denke ich dann auch immer, ne, pack das Handy beiseite, genieße es, ne, mach dir vielleicht ein Foto oder ein kurzes Video, dass du was für deine Erinnerung hast. Aber am Ende, guck mir den Augen und genieße das. Weil das, was du mit den Augen wahrnehmen kannst, das, was du riechst, ne, schmeckst, keine Ahnung. Also, diese ganzen Parameter, mit denen du live vor Ort bist, die kann dir keine Kamera der Welt herholen. Weil sonst kannst du ja auch im Internet gucken. Dann brauchst du nicht live vor Ort sein. Ja, ich meine, die besten Abende sind ja sowieso die, von denen du keine Fotos und Videos hast. Weil dann warst du halt richtig dabei. Aber das ist auch genau das, was du sagst. Man kann sich ja online einfach so, es gibt ja so viele Videos einfach von irgendwelchen Sachen, von irgendwelchen Show-Effekten. Das wirkt doch einfach nicht. Also, es wirkt doch überhaupt nicht, wenn ich mir das anschaue. Wenn ich mir das zehnte Video von irgendeiner krassen Bühnen-Performance angucke, ja, weiß nicht, lame. Ich will, das musste man live erleben. Also, es gibt schon so, ne, gerade Tomorrowland ist halt so ein Stichwort. Also, die sind, ich kann das komplett nachvollziehen, was du meintest, dass man da gesessen hat, gewartet hat, dass das Video rauskommt, dass man sich die reinziehen kann, weil das wirklich insane ist, was die da abliefert. Aber es ist halt, ja, live ist halt, live ist halt live. Was sagst du zu solchen Technologien, wie, dass man, gibt es auch mittlerweile auch so, die Idee, dass man sich hier so eine Brille aufsetzt und dann dieses 3D-Live-Feeling hat, wo man sich umguckt und denkt, man wäre live dabei. Ah, also VR-mäßig und auf ein Konzert gehen. Genau, genau, genau. Also, ja, finde ich spannend. Ich finde das eher im Gaming-Bereich viel spannender, also VR-Geschichten. Das habe ich sogar schon gemacht. Da kann man sich, da gibt es ja überall so VR-Studios, wo man hingehen kann und sagen kann, hey, ich möchte gerne mal hier so ein paar VR-Games zocken. Das ist total cool. Das macht mega Spaß, ne? Also, für Gaming ist das eine neue Dimension, ne? Weil du gehst halt vom zweidimensionalen Bildschirm rein ins Spiel. Das ist natürlich eine Welten, dass die das entwickeln. VR für Veranstaltungen ist ja eigentlich eine Rückentwicklung, weil du gehst von real life, ne? Weiß ich nicht, was wir haben? 4D, 3D-Dimensionen, was auch immer, ne? Wie man das nennt. Gehst du halt zurück auf so ein technisches Ding irgendwie, ne? Wo du nicht riechen kannst, wo du nicht schmecken kannst oder was auch immer. Vielleicht gibt es das ja mal, dass man neben dem Gucken dann auch noch den Geruch von dem Ketter da einspeisen kann. Gut, riechen ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, ne? Ja, doch schon. Ich finde schon. Tatsächlich. Es macht auch eine Menge aus. Also, ich muss immer so ein bisschen zurückrafen auf meine Shows, weil es ja das ist, was es ausmacht. Aber so, wenn bei meinen Shows zum Beispiel auch Pyrotechnik abdrinnen, ja? Also, diesen Geruch oder von dem Feuer und so weiter. Das sind halt Sachen, die nimmst du ja trotzdem wahr und die verbinden sich irgendwie mit der ganzen Show und so. Und letzten Endes, wenn ihr ihre Bühnenauftritte habt, ja, wenn euch da jemand zu nahe kommt und es läuft nun mal viel über Geruch und wahrscheinlich auch über euren Körpergeruch, weshalb es denn nochmal auch ein anderes Erlebnis ist, dass man ja auch anders festhält. Ja, genau. Also, die Berliner Luft könnte man dann nicht schmecken, wenn man da nur mit der VR-Brille ist. Noch nie mal riechen. Siehste. Ja, nee, weiß nicht. Also, glaube ich irgendwie nicht. Ich finde es schon spannend, aber ich sehe das eher woanders als auf Veranstaltungen. Aber gut. Also, für Veranstaltungen, ich habe auch schon daran gedacht, vielleicht mit diesen VR-Brillen. Ein interessanter Gedanke ist, ich glaube, ich habe das mal irgendwann im Film gesehen, wo die sich haben irgendwie anschließen lassen. Und dann machen die quasi, gehen die in ihre eigene Welt. Also, wie Urlaub machen vom Alltag, sage ich jetzt mal. Und wenn ich mir vorstelle, wie VR-Brille vielleicht irgendwo schon am Strand rumliegen, ist zwar komplett uneffektiv, aber trotzdem irgendwie schöner und wahrscheinlich bezahlbarer als der tatsächliche Urlaub. Absolut. Klingt irgendwie für mich so nach so einer Black-Mirror-Folge irgendwie. Aber ja, also, wieso nicht? VR ist wahrscheinlich die Vorstufe davon. Irgendwann wirst du dir irgendwelche Synapsen an den Kopf kleben können. Und dann beamt dich das dein Geist irgendwo hin. Also, ohne dass du eine Brille brauchst und das spielt sich in deinem Kopf ab oder so. Vielleicht, weiß ich nicht. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das würde ich auch ausprobieren. Also, ich bin da auch super interessiert, was sowas betrifft. Und ich bin jetzt auch niemand, der sich irgendwie, nur weil wir mal 90er aufgelegt haben und aus so einer Zeit kommen musikalisch, der Letzte, der sich verschließt vor neuer Technik, ganz im Gegenteil. Also, wir machen irgendwie eigene Remixe, um moderneren Sound zu haben, um das in die neue Zeit alles reinzuholen. Wir überlegen uns neue Show-Effekte. Deshalb, ihr macht ja ständig neue Sachen, auch wegen Musik-Releases. Ihr haut da ein Brett nach dem anderen raus. Ihr könnt auch gerne mal auf YouTube schauen, euch die Musikvideos reinziehen. Die sind auch echt der Knaller. Also, die geben sich da richtig, mein Vater halt einfach richtig auf. Das ist richtig cool. Nicht nur auf dem Grund, dass ich selbst live dabei war. Das ist so die eine Sache, aber man weiß ja gar nicht, was am Ende bei rumkommt. Und dann gucke ich mir hinterher das Video an und denke so, wow, nee, okay, habe ich nicht gecheckt, muss ich nochmal gucken. Und nochmal, und nochmal, weil es einfach so abgefahren ist, ja. Wenn du dich beamen könntest, in die Zukunft oder in die Vergangenheit, wo würdest du dich hin beamen und warum? Da muss ich tatsächlich sagen, würde ich mich eher in die Vergangenheit beamen. Und zwar in das Berlin der frühen 90er Jahre. Ganz klar. Aha. Warum? Boah, so ein krasses Aufbruchsgefühl, weißt du, so kurz nach der Wiedervereinigung. Keiner weiß so richtig, wo es hingeht. Man hat so viel Gestaltungsfreiheit. Veranstaltungskultur war so einfach. In irgendwelche Keller einfach reingehen. Also so wie der Tresor entstanden ist zum Beispiel. Der alte Tresor am Leipziger Platz zum Beispiel. Das war ja einfach nur ein altes Bankgebäude, wo man in den Keller halt einen Club reingebaut hat. Also total krass, was da alles möglich war. Und solche Möglichkeiten. Also man hat immer Möglichkeiten, aber solche Möglichkeiten irgendwie so. So diese Aufbruchsstimmung. Das hätte ich gerne. Das würde ich gerne erleben. Ah, okay. Aha, verrückt. Naja, klar, wir haben ja extrem viel schon. Jetzt ist ja viel aufgebaut. Und ich glaube teilweise auch schwierig, sich da irgendwo einen neuen Weg zu bahnen oder so. Genau, du brauchst heute brauchst halt immer irgendeine Nische und eine Nische von einer Nische und nur die kleinste Nische besetzen. Früher war einfach so, du hast halt Sachen, also da wurden Sachen erfunden. Du hast so Äras geprägt. Das ist ja heute, da musst du ein Genie sein irgendwie, um so eine Ära einfach mit zu begründen. Das war früher, also ich glaube ich zumindest, ich war nicht dabei, deswegen würde ich mich gerne hinbeamen, aber ich glaube, das war einfach, das war viel, viel krasser möglich. Du warst einfach, konntest viel schneller eine Bewegung irgendwie gründen. Obwohl ich auch glaube, dass man, oder dass die, die es früher gemacht haben, sich wahrscheinlich dessen gar nicht so bewusst war, was sie da eigentlich gerade in Gang setzen. Ja, das stimmt, das stimmt auch wieder. Da ist ja niemand angetreten, irgendwie mit dem Gedanken, ey, wir wollen jetzt hier die Techno-Bewegung schaffen, genauso wie Love Parade. Die wollten ja niemals, also wenn du Dr. Motto fragst, der sagt ja auch, ey, wir hätten niemals gedacht, dass das so riesig wird einfach. Ja, aber Love Parade war auch groß, ey. Warst du auf einer Love Parade? Leider nicht. Nee. Ich war auf der allerletzten nochmal ganz kurz, aber da war schon nicht mehr viel los. Okay. Achso, was heißt allerletzten? Also wo das Unglück war? Oder nee, die jetzt die wieder waren? Nee, die wieder. Oder warte, 2000, lass mich lügen, 6, 16, 6, 2006. Also ich glaube 2009 war die letzte, wo das in Duisburg war, dieses schlimme Unglück. Also glaube ich. Nee, das genau, bei der nicht, nicht in Duisburg, sondern in der letzten auf Berlin. Ah ja, okay. In Berlin. Ich glaube 2006 oder so war das. So in meinem Alltag gerechnet war es glaube ich 2006. Naja, jetzt kommt es ja auch wieder zurück irgendwie. Also Zug der Liebe gab es ja immer so vergleichbar. Ich finde so die CSDs nehmen diesen Platz eigentlich auch ganz gut ein. Die fühlen das ganz gut aus. Ja. Muss ich sagen. Also CSD Köln zum Beispiel, legendär. Richtig, richtig cool. Also spielen wir jedes Jahr auf einem Truck. Und das ist einzigartig. Ich habe noch nie so eine Stimmung erlebt, noch nie so ein Vibe von so vielen Leuten. Das ist unfassbar. Geil. Ja. Wo spielst du lieber? Vor einer breiten Masse an Menschen oder vor wenigen? Das Schöne ist ja, bei Mütze Karte hat man die ganze Wandbreite irgendwie, ne? Von 500er Club bis 10.000er, 90 Supershow Open Air. Ich mag die Mitte. Ich mag so hart. Hallen, größere Event-Locations, so zwischen 1000 und 1500 Leuten. Das ist für Mütze Katze die perfekte Größe. Weil, ich kann es erklären, bei zu großen Venues erreichst du die Leute nicht. Also wir leben einfach davon, dass jeder gefühlt jeder Mütze Katze mal anfassen konnte. Oder du eine Interaktion mit jedem hast, ne? Du hast da mal irgendwie einen Leuchtstab hingeworfen oder eine Sonnenbrille oder hast da mal Berliner Luft ausgeschenkt. So mit jedem Gast irgendwie eine Interaktion und selbst wenn es am Ende halt nur ein Foto ist. Oder jeder hat mal die Hände hochgehoben oder jeder ist mal mitgesprungen. Ab so einer gewissen Größe von Locations verlierst du die Leute einfach, ne? Da, weiß ich nicht, da interessiert die 20. 30. Reihe nicht. Was da vorne auf der Bühne passiert, die nehmen das so mit, aber die sind mit sich selbst beschäftigt, mit ihren Freunden, holen sich noch was zu trinken. Weil das ja automatisch einfach immer größer wird. So und bei kleinen Clubs kann auch cool sein, ist auch cool. Aber mit noch ein paar mehr Leuten kommt bessere Stimmung auf. Und wenn wirklich mal so eine ganze Halle so von 1000, 1000 Leuten einfach springt oder mitsingt oder die Arme von links nach rechts schwenkt, ist einfach geil. So, weißt du, so kleine Clubs, die sind ja auch immer mal so ein bisschen verwinkelt. Da hast du nie so eine frontale Bühne, sondern vielleicht stehst du mal irgendwie in der Ecke. Oder das DJ-Pult ist so ein bisschen erhöht, aber du hast keine richtige Bühne. Und hier ist noch ein Sofa und hier ist noch eine Stufe. Und so eine Halle, die einfach so richtig schön auf so eine Bühne ausgerichtet ist, ist traumhaft. Ja. Hast du schon mal Stage-Diving gemacht? Habe ich mich noch nie getraut. Nee, doch, natürlich habe ich das schon gemacht. Ja, voll. Na klar, für unseren Videodreh von unserem ersten Video. Habe ich mich auf so ein dickes Einhorn gesetzt. Ja. So einen Schwimmring. Und dann wollte ich ja durch den Club getragen. Ja, das war super. Ja, dann musst du noch zur Party machen. Ja, genau. Da habe ich es mich wirklich noch nie getraut. Ja, ist halt auch immer, ist halt schon ein Risiko. Aber würde ich sagen, würde ich bin nicht der Schwerste im Team. Oh, war das ein Diss. Ist es was, worauf ihr aktiv achtet? Dass ihr eine Figur behaltet? Bei Frauen ist es ja ganz oft so, dass sie sagen, ich muss auf die Figur achten. Und bei mir wäre das tatsächlich auch so. Es gibt immer so ein Maß, wo ich denke, okay, bis dahin ist okay. Und danach, aber jetzt musst du aber wieder aufpassen. Ist das bei euch auch so? Oder kann man auch mal mit einer großen Katze richtig? Es wäre jetzt, es wäre jetzt falsch zu sagen, nee, auf keinen Fall. Man achtet da schon drauf, auf jeden Fall. Und man, man stachelt sich auch gegenseitig so ein bisschen an so. Gerade so nach Corona, wo man sagt, ey, wie ist es mit dir? Gehst du auch mal wieder zum Sport? Nein, klar, man achtet da schon drauf. Also irgendwie Appeal, Äußeres spielt ja immer irgendwie, spielt eine Rolle, wenn man eine Bühnenpersönlichkeit ist, leider. Und wir versuchen darauf zu achten, klar. Natürlich hast du unterschiedliche Körpertypen, wir haben unterschiedliche Körpertypen im Team. Da ist halt mal ein Arzt dabei und auch mal einer, der ein bisschen schlagsiger ist. Oder ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer. Also das schon. Aber, ne, man, also, weiß ich nicht, so eine Jumbo-Schreinerkatze würde es jetzt zum Beispiel nicht geben. Aber gut, der würde wahrscheinlich auch schwierig die Bühnenshows durchhalten. Genau. Ja, das siehst du, das kommt ja dann sowieso automatisch. Also du musst ja bei Mützekatze auch ein bisschen Ausdauer mitbringen und Sportlichkeit mitbringen. Also der würde auflegen wie ein Brett? Ja, dann hätte man einen, der hinterm DJ-Pult klebt. Ja, aber das ist zum Beispiel auch das, was ich total Mützekatze liebe, die Abwechslung. Also du kannst halt auflegen, aber du kannst auch einfach mal zum Kollegen sagen, jetzt mach du mal und jetzt mach ich hier, geh nach vorne und feier mit den Leuten. Das, was du als Solo-DJ gar nicht hast. Dann kannst du ja gar nicht. Ja, genau. Also das ist auch nicht abgesprochen, wie ihr das macht, sondern das ist spontan, ja. Spontan, ja. Also für größere Sets, also für größere Veranstaltungen, wo es schon viel drauf ankommt, da bereiten wir auch schon mal ein Set vor. Klar, kann man mal machen. Aber ansonsten ist wirklich alles oft Freestyle, gucken, wie die Leute reagieren und dann, ey, mach du mal, jetzt würde ich gerne mal auch so ein bisschen so, ja komm, jetzt hau mal ab, jetzt will ich auch mal wieder. Also so eine liebevolle Strenge und so ein liebevolles jetzt verpiss dich bitte mal, ich möchte jetzt auch mal was auflegen oder jetzt geh du mal nach hinten. So macht es Spaß. Was sagst du zu der Thematik? Viele DJs meckern ja rum, wenn andere DJs irgendwie hier nur den Sync-Button benutzen und alles automatisch machen und es ist ja super wichtig, dass quasi die Qualität des Auflegens an sich ganz hochgestellt ist. Boah, ich glaube, wir sind die Letzten, die darüber ein Urteil fällen sollten. Wir können mittlerweile schon ganz gut auflegen, würde ich sagen. Aber wenn man zurückblickt, da wo wir herkommen, Hardcuts rausfiltern, nächster Song auf Play runterziehen, Moderation, nächsten Song auf Play drücken. Also wirklich so komplett dilettantisch irgendwie und rudimentär. Darf ich jetzt nicht urteilen über irgendeinen DJ, der vielleicht ein technisches Hilfsmittel benutzt, um irgendwie besser auflegen zu können. Am Ende immer alles sozusagen zugunsten der Stimmung und des Abends. Und da sind die, da heiligt der Zweck die Mittel. Also Hauptsache die Leute haben halt eine gute Zeit. Also finde ich. Klar, man entwickelt sich weiter. Auflegen wird auch wichtiger. Und ich glaube, die Leute wertschätzen das auch, wenn du dir Mühe gibst und nicht einfach nur nach jedem Song rausfadest und den nächsten anmachst. Aber ich sag mal, es ist nicht die Essenz von uns. Es ist ein Teil vom Auflegen, aber es ist nicht unsere Essenz. Bei uns ist das Gesamtding, das Entertainment. Und wie gesagt, da will ich nicht über einen anderen Urteil. Ich bin ja auch totaler Fan, nicht vom Sync-Button, aber einfach von moderner DJ-Technik. Ey, es sind ja jetzt neue, also das ist jetzt Nerd-Talk, aber es sind ja neue Player rausgekommen vor kurzem von Pioneer. Pioneer ist so State of the Art einfach, was es gibt an DJ-Technik. Und das steht eigentlich so in fast jedem Club. Und viele haben sich jetzt eben auch schon diesen neuen 3000er-Player zugelegt. Das ist einfach, das ist Luxus damit aufzulegen. Also das ist nochmal so ein Schritt. Und das hat so viel erleichtert, einfach auch im Auflegen, dass ich manchmal, wenn ich jetzt Solo auflege, ich hab manchmal nichts zu tun. Weil alles ist schon geregelt für meinen nächsten Übergang. Ich muss nur noch hier die Knöpfe drehen und dann bin ich fertig. Also das ist total krass, was es da auch erleichtert. Und ich genieße das auch, das zu benutzen. Erzähl doch mal von dem technischen Nerd-Quarm ein bisschen was. Inwiefern sind dann die Übergänge schon vorbereitet? Es gibt ja so viele unterschiedliche Arten, Übergänge zu machen. Aber wenn man jetzt mal so ganz standardmäßigen redet, ich weiß nicht, hier ist das aus. Alles gut, wir nehmen hier auf. Okay, alles klar. Okay, jetzt hatte ich kurz ein bisschen Angst. Dass wir nochmal alles neu auf... Falls ihr auch mal Angst haben wollt, dann kommt ihr einfach Dienstag live in den Stream auf dem Twitch-Kanal von Radio Gym FM zwischen 13 und 15 Uhr. Jetzt gibt's hier nicht so einen Angst-Button, ne? Nee, das gibt's hier leider nicht. Ah doch, so ein bisschen gruselig. Nerd-Talk, DJ-Technik, Übergänge vorbereiten. Naja, so ein ganz klassischer Übergang sieht ja so aus, dass du am Ende von dem Song und am Anfang von dem Song quasi Intro- und Outro-Part hast und das sind die sogenannten Mix-Parts. Und da setze ich mir einen Loop drauf, mache das Speed-Matching, drücke auf Play, verschiebe so ein paar Parameter an den Drehknöpfen und dann lasse ich halt den anderen Song laufen, danke sehr, bis der Mix-Part halt kommt. Und diese neue Technik ist einfach so User-orientiert, also User im Sinne von DJ-orientiert, dass diese Knöpfe alle so nah beieinander liegen und schon genau so quasi vorprogrammiert sind für das, was du eigentlich brauchst. Und das meine ich damit so, von wegen, man verbringt viel, viel weniger Zeit, Übergänge vorzubereiten. Weil du quasi gar nicht mehr suchen musst, wo du klickst, sondern weil das einfach schon so automatisch dich dahin lenkt. Also am Ende ist es natürlich immer eine Sache von Routine, aber ich sag mal, die Technik erleichtert es noch mehr, eine schnellere Routine zu entwickeln. Ja, aber ist doch ganz interessant. Also für alle, die sich vielleicht auch für DJ-In interessieren, also für DJ-In oder damit mal anfangen wollen oder vielleicht sogar schon ein bisschen reingeschnuppert haben, wie einer, einer. Es ist doch ganz interessant, was sind die Vorzeuge überhaupt von so einem... Du bist ja auch gerade dabei, am Lernen, DJ-School. Witzigerweise habe ich immer gesagt, ich werde das nie machen, weil ich ja alles andere schon mache, die ganze Performance und das wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt auch noch DJ mache. Du musst dir einen Tour-DJ suchen. Ja, ja, das wäre geil, aber wir sind ja alle schon busy. Ich habe mit vielen tatsächlich schon gesprochen, auch mit durchaus sehr, sehr bekannten Größen, aber irgendwie glaube ich, dass viele trotzdem Konkurrenzgedanken einfach mal im Kopf haben, auch wenn sie das offiziell nicht so aussprechen, weil es natürlich schon sehr große Aufmerksamkeit mir tatsächlich auf der Bühne nun mal auch gibt, wenn ich dann mit dem Flammenwerfer stehe oder mit sonst was. Aber das ist halt so, also dann muss man halt ja wirklich als Team agieren und sich gegenseitig die guten Bälle zuspielen und ich meine, ich bin auf der Bühne auch so, das wird jeder bestätigen können, mit dem ich schon mal eine Show hatte, dass ich natürlich dann auch dementsprechend zum DJ gehe und da dann die Elemente so sortiere, dass auch der DJ richtig mal im Vordergrund stehe, hinter dem DJ zum Beispiel die Funkenfontänen, dass der ein geiles Bühnenbild hat und so weiter. Aber ja, das ist, glaube ich, schwer vorstellbar für viele. Ansonsten wäre das tatsächlich eine Option, die ich schon oft im Kopf hatte, aber... Ja, da musst du dir jemanden suchen, der nicht im Vordergrund stehen will. Es gibt super viele DJs, die super ungern, also irgendwie sich zeigen. Ich kenne so viele Kollegen. Eigentlich wäre es ja cool, nehmen wir mal an, man hätte so zwei, drei Mädchen oder also mich und noch jemand oder vielleicht noch jemand, also so die Kombination und dann hätte man komplette Girls Stage und man kann ja total viel raus und viel machen. Also im Grunde kann ja jeder im Vordergrund stehen, aber genau dieser Gedanke, dass man selber nicht mehr der Einzige, der es im Vordergrund steht, das macht das, glaube ich, manchen irgendwie schwer oder den Managements. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde es total unterstützen übrigens, wenn du das machst, weil es viel zu wenig Frauen gibt in der DJ-Szene aus einem unerfindlichen Grund, also in der Mainstream-DJ-Szene. Ich rede jetzt nicht von Techno und irgendwie Haus und diesen Szenen, die natürlich auch groß sind, da gibt es viele, wahrscheinlich auch noch nicht genug, aber so in diesem Mainstream-Bereich, also wenn wir jetzt von Club reden, also 95 Prozent irgendwie männlich dominiert, es gibt kaum Frauen, die einfach so mal so eine Mainstream-Mucke irgendwie auflegen, finde ich total schade. Vielleicht nicht speziell Club-basiert. Also ich kenne schon einige DJs, aber die sind eher auf diesen privaten Veranstaltungen unterwegs, also dieses ganz andere Metier, wieder Hochzeiten, Geburtstage, Firmen, Events und solche Sachen, die lassen sich dann eher privat buchen. Gut, ist vielleicht auch gut, also jetzt Berlin, vielleicht auch nochmal ein anderes Pflaster dafür, ich komme aus einer kleineren Stadt. Übrigens DJing finde ich, also ich persönlich, finde ich gar nicht gut, wenn man das sagt, weil DJ ist DJ, das ist eine Berufsbezeichnung. Ey, das höre ich nicht zum ersten Mal. Man ist ja immer, ich selber dachte immer, wirklich vor zehn Jahren oder so, da dachte ich schon immer, ich bin nicht Künstler, ich bin Künstlerin und deshalb bin ich natürlich auch bemüht, bei anderen zum Beispiel nicht DJs, sondern DJs zu sagen, aber ich höre das nicht zum ersten Mal, auch von Frauen, die tatsächlich sagen, ich bin DJ und nicht DJ. Ja, es gibt halt dann der DJ oder die DJ, da unterscheidet sich das sozusagen im Artikel, aber DJ ist sozusagen geschlechtslos, man assoziiert das halt einfach nur immer so sehr mit Männern, genau deswegen, aber ich habe auch nichts dagegen, alle Frauen, die sich DJen irgendwas nennen, ist ja auch völlig in Ordnung, also das haben sie sich auch selber ausgesucht, aber man könnte sich halt auch, also ich finde so, dieser Begriff ist eigentlich unnötig. Witzig, aber er hat sich irgendwie eingebürgert, irgendwer hat mal mit angefangen und dann hat sich das so, ach guck mal, DJ heißt DJ und dann okay, wir merken. Was hältst du grundsätzlich von dem ganzen Gegender, wenn wir schon bei dem Thema jetzt sind? Ich habe nichts dagegen, ich verstehe den Sinn dahinter, ich finde es gut, ich versuche es auch zu, umzusetzen irgendwie, vor allem beim Schreiben, beim Sprechen finde ich es mal ein bisschen schwierig, ich versuche dann halt sozusagen Mitarbeitende zum Beispiel zu sagen, also allgemeine Begriffe, die alle einschließen, ja und wer das machen will, soll das machen, finde ich völlig in Ordnung, also es tut mir nicht weh. Weißt du, was ich schön daran finde? Also mal abgesehen von dem Gendern an sich, dass ich auch durchaus unterstütze und sehr aktiv betreibe, ich finde den Gedanken daran gut, dass wenn wir Zeit haben, uns mit Dingen wie dem Gendern auseinanderzusetzen, dass wir ja auch in einer Zeit leben, in der es uns ja eigentlich ziemlich gut geht, so geschichtlich betrachtet. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, ja klar, aber das ist ja auch genau das Gegenargument, was du ganz oft hörst von Leuten, die sagen, ja, haben wir keine anderen Probleme, aber nee, also unsere Gesellschaft ist einfach so weit entwickelt, dass wir uns damit auseinandersetzen können, das finde ich auch total wichtig, das schlägt ja alles irgendwie so in diese Kerbe rein, wie will ich wahrgenommen werden, wie fühle ich mich, ich will, dass Leute auf mich Rücksicht nehmen, wie ich bin, was meine Probleme sind, also einfach so diese Achtsamkeit, finde ich, schlägt da total rein. Ja, und es ist durchaus auch ein wichtiges Thema, also wenn man da mal den Schritt weiter geht, neben dem Gendern geht ja dann, geht es ja dann weiter Richtung, wie viele rassistische Menschen haben wir noch in unserem Land und teilweise, also für mich ist es total erschreckend, weil ich bin sehr open-minded, wenn man so will. Ich kenne das durchaus mit dem Rassismus, bin als Kind oft mit dem Berührung gekommen, weil irgendwie Verwandte und so gedacht haben, ich selber aber irgendwie nie und kann auch immer gar nicht verstehen, wie man Leute aus irgendwelchen Gründen, die man sich da gerade erfindet, ausgrenzen kann, aber das zählt ja da alles mit rein und das ist ja schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir wollen ja nicht wie von vor, keine Ahnung, 100, 200 Jahren leben. Ja, nee, total, also du hast gerade das Stichwort gesagt, Verwandte, ey, ich glaube jeder, der irgendwie so ein bisschen so denkt, kennt die Familienfeier und den Onkel, der komische Sachen sagt irgendwie, wenn er drei Bier getrunken hat, wo du dann einfach irgendwann nur noch mit den Augen rollst und wirklich einfach auch nicht mehr gegenhalten willst, weil es bringt einfach nichts, du wirst diese Boomer, sag ich mal, einfach nicht mehr umerziehen und nicht mehr belehren, ja, damit muss man glaube ich leben und die muss man überleben und dann kommen hoffentlich auch einfach bessere Zeiten. Siehste, da kommen wir nochmal ganz, ganz, ganz weit zurück in das Stichwort Kindheit, da fällt mir nämlich gerade ein, doch, ich habe gerade überlegt, woher habe ich das denn, wo habe ich das, aber ich bin, ich habe ja lange bei meinen Großeltern auch gelebt, also was heißt lange, ich wurde als Kind mal so ein bisschen abgegeben, so drei, vier Jahre irgendwie, aber es hat mir offensichtlich gut getan und meine Oma war eine ganz, ganz freiheitsliebende, die hat auch ein Tattoo gehabt schon und ja, war da ganz, ganz offen ein und so ein bisschen, wie sagt man, provokativ, ich glaube, daher habe ich viele Sachen. Wie war das bei dir in der Kindheit, dass du auch offen für Glitzer und Eskalation geworden bist? Boah, wie war das, ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich super behütet aufgewachsen. Wer war da so deine Bezugsperson? Meine Mutter, also und eigentlich auch total im Gegenteil war ich eigentlich jemand, der wenig durfte, also vielleicht rührt es auch daher jetzt so, ne, dieser Drang nach, ich will mich jetzt ausleben, ne, aber ich habe nie was vermisst oder so, sondern es war immer so, sie war einfach immer sehr in Sorge und ich musste mich immer melden und ich durfte immer nur eine Stunde oder zwei Stunden raus und immer nur mit einem Freund und immer nur so und bitte und wo willst du denn hin, ne, also musste immer alles wissen, obwohl es eine Kleinstadt war, so konnte nicht viel passieren eigentlich, ne, aber es war immer so, die Angst war immer mit dabei und ja, ich habe mir dann halt so meine freie Räume genommen, die ich brauchte irgendwann, da ist man natürlich auch mal angeeckt, so, aber ich habe nie rebelliert oder sowas, überhaupt nicht, so, weiß nicht, ich bin einfach, ich glaube, meine Offenheit kommt halt auch von meinen Eltern, ne, und auch, muss ich auch sagen, glaube ich, auch die Liebe so zur Musik, weiß nicht, lange Autofahrten immer unternommen und, ähm, meine Eltern haben mir immer coole, mir coole Musik gezeigt, also, was heißt coole Musik, ähm, die haben viel deutsche Musik gehört, ne, so, ähm, weiß nicht, äh, Westernhagen und so, schon so eher so Oldie-Sachen irgendwie, äh, aber die auch geil sind, äh, einfach, ne, und die mir jetzt auch ein breites Musikwissen beschafft haben, ähm, aber die waren extrem große Ärzte-Fans, ähm, und wir haben super viel Ärzte gehört im Auto, fand ich total geil, war auch mein erstes Konzert mit zwölf, dreizehn oder so, Ärzte in Leipzig, ähm, ja, so, da ist, und, und ich glaube, ne, Ärzte haben ja auch so eine gewisse, irgendwie, äh, politisches Mindset und so, und ich glaube, das hatten meine Eltern auch und das habe ich auch irgendwie mitgenommen, so, und daher kommt, glaube ich, einfach die Offenheit, wenn man das jetzt so nennen will. Was war deine erste Platte? Ähm, kann ich nicht ganz genau sagen, aber was mich musikalisch extrem beeinflusst hat, jetzt so als, als DJ heute, ähm, sind drei Alben, ähm, und zwar, die nenne ich immer wieder, ähm, das ist Rihanna, Good Girl Gone Bad, ähm, David Guetta, One Love und, äh, Stadtaffe von Peter Fox, das sind so diese drei Alben, ähm, die ich auch physisch da hatte, ähm, und die ich rauf und runter gehört habe und, äh, von denen die Songs heute immer noch einfach riesige Hits sind, ne, also die sind jetzt noch nicht so alt, naja, doch mittlerweile auch schon fast 15 Jahre, ne, die sind so 2000, so zwischen 2008 und 2010, glaube ich, alle rausgekommen, ähm, ja, und die hatte ich und das waren, das waren so richtige, prägende Alben für mich. Ja, interessant, ach, ist ja ein guter Mix, guter Mix, ey, du sagst ja ab und zu auch deutsche Musik, was hältst du denn von Schlager? Hm, ich finde den modernen Schlager total anstrengend, zum großen Teil, leider, ich, ich mag so, die, die Oldies mag ich schon, ne, also ich feier Wolfgang Petry total, ähm, ach, weiß nicht, alles, was halt so auf Partys läuft, irgendwie man, so pur oder so, man, man hat das halt überwunden, diese Trashigkeit, ne, und ich glaube, so der aktuelle Schlager braucht auch noch ein bisschen Zeit, bis man seine Trashigkeit überwindet, aber ich habe totalen Respekt vor allen, ne, also das ist überhaupt nicht, nicht böse gemeint, ähm, aber so Helene Fischer, ey, sorry, da kann ich einfach, kann ich wirklich einfach nichts mit anfangen, ähm, Malle muss ich sagen, so, wenn man jetzt von, von Partyschlager redet, habe ich meine Meinung komplett geändert, äh, fand ich früher auch ganz, ganz schrecklich, ähm, hat sich aber auch stark entwickelt, ne, also, wenn man jetzt mal zurückschaut zu Micky Krause, ja, immer noch eine, eine respektable Nummer auf jeden Fall ist und immer noch gute, richtig gute Musik rausbringt, ähm, 10 nackte Friseusen oder so, oder 20 Zentimeter neben dem Leben, kleiner Peter, so, zu diesem ganzen Schmuddel, Malle-Zeug, äh, äh, zurückschaut und heute sich die aktuelle, die aktuellen, ähm, Produktionen anhört, das ist ja fast elektronische Musik, also das ist ja wirklich krass produziert und auch an die Zielgruppe gerichtet und so, ne, geht nach vorne, ähm, so, ist einfach deutsche Partymusik, ähm, das klingt nach Atzen, das klingt nach Deichkind, das klingt auch teilweise nach Tomorrowland einfach, ähm, also viel, viel fetter, das ist nicht mehr so dieses Uff da, Uff da und, äh, weißt du? Ja, ich glaub auch so Atzen und so weiter haben dafür damals richtig auch so einen Stein ins Rollen gebracht, das waren auch die Songs, die ja dann mit zu Erf Ballermann rausgegangen sind und das war ja nicht so üblich für die, für diese Art von Musik. Ja, und das mein ich, also, das ist die, das ist eine Entwicklung, die ich total begrüße, äh, musikalisch, ne, auch wenn's irgendwie beim Grundthema bleibt, irgendwie, wir feiern alle zusammen und wir saufen und, äh, weiß ich nicht, sind am Strand und, äh, wir nehmen uns daneben, das ist ja immer so dieses Grundthema, ähm, aber so die, die Verpackung, ne, in der es kommt, ist, gefällt mir viel, viel besser als noch vor ein paar Jahren, ja. Ja, ganz andere Richtung, was machst du denn, um mal runterzukommen, um dich mal abzulenken, was ist für dich Erholung? Ausschlafen, spazieren gehen irgendwo, im Wald irgendwie, ins Grüne, alleine sein, finde ich sehr, sehr schön auch, ähm, einfach so alleine mit mir, mit Gedanken, ähm, und mal ganz andere Musik hören, ne, im Auto zum Beispiel, ich, manchmal kann ich einfach kein, so, nichts gegen Jamfm zum Beispiel, aber da könnte ich zum Beispiel nicht mehr Jamfm einschalten. So, wir müssen jetzt, äh, an dieser Stelle den Podcast beenden, dankeschön, war schön mit dir. Es tut mir so leid, es tut mir so leid, äh, aber ich, ja, ich hoffe, ihr versteht das, ähm, okay, das Follow schnell wieder rausnehmen bei Instagram. Äh, ich könnte, ich kann einfach irgendwann, ne, wenn du aus dem Club kommst, fünf Stunden aufgelegt hast, ich kann, ich kann einfach keine Mainstream-Musik mehr hören, sondern ich schalte dann den Kultursender ein, ich höre dann irgendwelche, da wirst du ja zugeballert, dann mit irgendwelcher klassischen, da wirst du mit irgendwelcher klassischen Musik versorgt und ich finde das so entspannt einfach mal, so ein, so, ey, ich kenn das nicht, so weißt du, das ist ja auch für mich, ich suche auch als DJ immer nach, ähm, Inspiration im weitesten Sinne, ne, und das, Inspiration bedeutet für mich, Sachen zu hören, die ich noch nicht kenne und da höre ich auch einfach gerne mal einen Kultursender, wo klassische Musik läuft, wo Singer-Songwriter-Musik läuft, die ich noch nie gehört habe, das macht auch schöne Kombination mit einem neuen Song von euch, dem Klassiker, siehst du, haben wir schon einen Genre. Jetzt ist ja gerade so, ist ja gerade so übelster Techno-Hype wieder, ne, am Kommen und, ähm, es wird so viel geremixt gerade und ich habe jetzt auch eins gehört, ähm, der ist neu rausgekommen, der heißt Renaissance oder so, der Song und das ist halt wirklich so ein klassisches Musikstück und irgendwann droppt halt so ein harter Techno-Beat und das ist aber irgendwie geil. Ja, sowas finde ich so gut, also ich habe in meinen Shows auch so ein paar, also ich fern ab davon, dass ich DJ bin noch, ähm, aber ich habe auch so ein bisschen was zusammengemixt in meinen Shows, wo dann halt irgendwie so richtiger, so ein richtiger Oldschool-Schinken und dann ballert es dir um die Runde, ja, sowas macht Spaß. Ja, das ist doch total geil, ja. Ja, so, das mache ich irgendwie, um wegzukommen, ähm, und, ähm. Also viel, viel Ruhe quasi. Ruhe, naja, und, was anderes. Genau, ich putze auch gerne irgendwie. Ähm. An der Stelle war er wieder eingeladen. Ja, ich mache bei mir zu Hause einfach gerne sauber, weil ich schöpfe auch einfach viel Kraft aus einem ordentlichen, sauberen, schönen Umfeld zu Hause in der Wohnung, in der ich mich wohlfühle und das brauche ich einfach dafür, um mich wohlzufühlen und dann mache ich halt mal sauber irgendwie und dann setze ich mich halt hin und trinke irgendwie einen Tee oder einen Kaffee und fühle mich dann einfach wohl in meiner sauberen Wohnung. Das ist cool, aber das ist total schön. Ich meine, in Corona-Zeiten haben wir es ja am besten gelernt, ne, zu Hause wird jetzt richtig gelebt. Eben, ja. Und ich bin gerne zu Hause, ne, also total gerne. So, freche Frage, trinkst du noch was anderes außer nur Tee und Kaffee? Ich trinke sehr gerne andere Sachen. Dann haue ich euch mal eine kurze Werbung raus, ihr Leute an der Stelle. Und zwar gibt es jetzt aktuell noch den Alge-Adventskalender. Schaut da unbedingt mal vorbei, die haben mehrere Preisstufen, also ihr solltet schnell sein, wenn ihr nicht den vollen Preis bezahlen wollt und noch ein bisschen was sparen möchtet. Dann schaut gerne mal vorbei im Fiu-Shop, fiu-shop.com, also fiu-shop.com und mit meinem Rabattcode CHERRY15 spart ihr ganze 15 Prozent. Ich wollte euch nur mal darauf hinweisen, nicht, dass ihr euch hinterher ärgert, dass ihr den nicht habt, weil der ist total cool, der ist jetzt gestern bei mir angekommen. Und da besteht wirklich eine riesengroße Packung und lauter einzelne, kleine, ja, schnappert. Und du weißt nicht, welche Sorten, ganz viele Sorten. Wollte ich gerade fragen, kann man noch nicht sehen, was drin ist? Nee, kann man noch nicht. Sehr cool. Also ich finde, es ist ein richtig aufregender Kalender. Ja, wenn ihr auch mal so was Spannendes haben wollt oder den vielleicht auch mit mir zusammen im Dezember aufmachen möchtet, dann gönnt euch den auf jeden Fall. Guckt mal auf der Webseite vorbei. Vielleicht findet ihr ja noch was anderes mit einem Rabattcode, spart ihr ja ein bisschen was und habt vielleicht gleich ein Weihnachtsgeschenk dabei. Genau, Werbung Ende. Wir sind zurück. Hallo. Ja, eine Frage wieder Richtung Mützekatze hier. Hier sind wir nämlich eigentlich. Mützekatze, ich schicke gerne mal Instagram ab und mal gucken, was wir jetzt am Sonntag alles gepostet bekommen, passend zum Podcast. Inwiefern hat Mützekatze dein Leben beeinflusst und was hat es für dich verändert? Da denke ich oft drüber nach, tatsächlich. Also wirklich auch manchmal so, man überlegt sich ja manchmal so, oder ich für mich, ich weiß nicht, ob das andere Leute so machen, wo bin ich, aus welchen Entscheidungen, aufgrund welcher Entscheidungen, wen habe ich kennengelernt, weil ich mich dafür entschieden habe und so und wenn ich nicht mit Mützekatze den Bund eingegangen wäre, dann wäre mein Leben wirklich komplett anders verlaufen, wenn ich jetzt zurückblicke, dann wäre mein Leben völlig anders verlaufen. Auch beruflich tatsächlich, weil ich durch Mützekatze super coole Kontakte geknüpft habe, Praktika gemacht habe in Berlin, mich mit Leuten vernetzt habe. Also, weißt du, die wiederum dann dich an andere Leute vermitteln und nur dadurch bin ich zum Beispiel beruflich in diese Agenturen gekommen, von denen ich vorhin erzählt habe. Das wäre ohne Mützekatze nicht passiert, durch diese Kontakte einfach, weil ich hätte die Leute nicht kennengelernt, ich wäre nicht vermittelt worden, ich wäre nicht vorgestellt worden und mein Leben wäre wirklich völlig anders verlaufen, Corona jetzt mal hin oder her, aber das wäre echt ganz, ganz anders gewesen. Das muss ich ganz klar so sagen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre. Aber ich genieße es sehr und habe viel Spaß dabei und würde natürlich auch heute nicht hier sitzen. Ja, richtig. Ist das so, was du dir auch aktuell so zukunftsmäßig vorstellen kannst auf Dauer und damit größer zu werden und zu wachsen? Oder hast du irgendwann schon so einen anderen Plan im Kopf, wo du sagst, bis Alter XY und danach, keine Ahnung, gehe ich in eine Versicherungsbranche? Ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal die Branche wechseln würde, im weitesten Sinne. Also Veranstaltungen wird es wahrscheinlich irgendwie immer bleiben. Und DJ kann man auch lange sein und man kann auch länger DJ sein, als man bei Mütze Katze ist, denke ich. Weil, wie gesagt, bestimmtes Pensum an Energie und das merke ich jetzt im Moment noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann merke, dass mir das, ja, dass Mütze Katze und Alter und Älter werden sich nicht vertragen. Aber das ist noch in fernerer Zukunft. Aber klar, man muss natürlich so ein bisschen überlegen. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, immer mit dem Projekt irgendwie verbandelt zu sein und daran mitzuwirken. Aber vielleicht einfach irgendwann nicht mehr auf der Bühne. Je nachdem, wie sich es verändert. Wir sind ja, wir haben ja vorhin gesprochen, man entwickelt sich immer weiter. Vielleicht verändert sich auch die Bühnenshow. Vielleicht kommen auch noch, keine Ahnung, drei, vier, fünf Hits in den nächsten Jahren. Und wir performen nur noch wie Micky Krause, halbe Stunde, 45 Minuten auf der Bühne. Ohne viel Rumspringen, ohne viel Animation, sondern wirklich einfach nur so als Act irgendwie. Und Ferti-Shooter bewaffnet. Ja, genau. Und die schießen wir nicht mehr selber ab, sondern das macht irgendwie immer. Genau. Ich meine, guckt dir Olaf der Flipper an. Also keine Ahnung, wie alt er ist. Der schleppt sich auch noch auf die Bühne. Also Respekt davor. Otto. Otto Vargas. Zum Beispiel, ja, stimmt. Total. Also irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht kommt man einfach nicht mehr runter von der Bühne. Ich glaube, es ist schon so, also wenn man das wirklich macht und wenn man es richtig mal Fuß gefasst hat in der Szene, in der man sich ja selbst bewegt und in der man sich halt wohlfühlt, die man sich ausgesucht hat, dann ist es halt nicht mehr einfach nur ein Job. Also wir gehen ja, also klar, es ist Arbeit, aber zumindest mein Empfinden ist, ich könnte jetzt nicht einfach so abschalten und sage, okay, jetzt habe ich Feierabend, dann ist es gut. Und du nimmst es ja mit und du willst es ja auch. Es ist ja, es ist eine Lebenseinstellung eigentlich. Ja, total. Schon das Leben, für das man sich dann so entschieden hat. Ja, selbst wenn man jetzt sagt, also ich versuche mir ja trotzdem auch so ein bisschen, abgesehen vom Wochenende, Arbeitszeiten irgendwie einzuteilen, das schafft man nicht. Man hängt mit seinen Gedanken fest und überlegt dann trotzdem noch irgendwie weiter. Auch wenn du nicht mehr am PC sitzt, irgendwas anderes machst, die Cola, die will wieder raus. Auch wenn du irgendwas anderes machst, du hängst ja trotzdem immer wieder fest und kommst mit Gedanken immer wieder zurück und spinnst weiter, wie wäre, wenn wir jetzt das so machen oder wenn wir das so machen. Also du sagst das. Ja, das ist, was ich vorhin schon zu dir meinte, ich war gestern noch relativ lange wach und habe ein paar Sachen vorbereitet, natürlich auch den Podcast vorbeiratet, aber auch noch ein paar andere Sachen zu tun gehabt. Und eigentlich wusste ich, ich hätte jetzt Schluss machen sollen, aber irgendwie kam der nächste Gedanke und der nächste, dann machst du das nochmal fix und so weiter. Man ist da sehr verbandelt mit. Ja, klar, weil man im Flow ist, dann soll man vielleicht auch nicht aufhören. Da entstehen auch gute Sachen. Ja, schon, schon. Was war für dich so die Herausforderung oder gab es Herausforderung für dich, als du damals bei Mütze Katze mit eingestiegen bist? Ja, also einmal die körperliche Ausdauergeschichte, natürlich. Naja, und dann sich natürlich einfach zu beweisen im Team. Also man kann ja natürlich im Vorfeld… Aber Leggings anziehen war okay. Das war total okay für mich. Finde ich super. Finde ich total super. Was weißt du mit, also es ist ja auch schon echt entspannter geworden. Also wir haben ja ganz, ganz lange die Leggings einfach so getragen, ohne irgendwas. Jetzt ziehen wir ja mittlerweile so ein kleines Sporthöschen noch drüber. Ja. Weil es auch irgendwie einfach cooler aussieht, muss ich sagen. Also das kompliziert den Look. Ist auch nicht schlecht, ja. Aber ich finde die Leggings schon top. Ja, ja. Soll ich dann sagen. Ich verstehe. Ich habe es auch… Dieser Entwicklungsprozess vom Kostüm war auch so, manche hatten dann die Hose an, manche halt noch nicht. Also ich hatte auch lange die Hose nicht an. Also drüber, ne. Was ich irgendwann gesagt habe, weil ich das nicht das passende Modell gefunden habe tatsächlich. Also ich bin da sehr eitel, was das betrifft. Und dann fand ich einfach ohne dann besser, bis ich wirklich die richtig coole, passende Hose dazu gefunden habe. Und die ich jetzt gerne anziehe. Und deswegen sage ich auch, es kompliziert halt den Look. Sonst vorher hätte ich es nicht gemacht. Herausforderungen. Achso, und nochmal kurz dazu. Das fragen mich ganz oft Leute. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du bei Mützekatze bist und da auf der Bühne so agierst und ausrastest und ins Mikrofon schreist und die Leute animierst. Weil ich privat halt relativ ausgeglichen oder zurückhaltend bin. Einfach eher so der Beobachter. Und ich schiebe es immer wieder oder ich führe es immer wieder zurück auf dieses Kostüm. Du ziehst es an und du bist halt jemand anderes. Und das ist auch das Geile daran. Das ist einfach das Geile an Mützekatze. Du bist einfach so ein Character. Also natürlich bin ich auch eine Personality, wie ich jetzt hier sitze. Aber wenn ich jetzt das Kostüm an hätte, dann wäre ich jemand völlig anderes. und das hilft mir auch und das macht mich halt auch einfach zu der Bühnenperson, die ich dann bin. Weil ich bin dann halt Katze. Ich bin dann nicht Flo, sondern ich bin Katze und verhalte mich dann auch so. Ja gut, die Bühne an und für sich macht ja auch schon was aus. Und das Adrenalin, das man hat, das man weiß, man tritt ja gleich auf. Und du hast ja auch Bock, den Leuten eine geile Zeit zu machen und so weiter. Gleichzeitig das Wissen, du willst ja auch nicht verkacken. Gut, manche würden vielleicht aber auch gar nicht erst rausgehen. Und das Kostüm hilft einfach auch dabei, einfach rauszugehen. Ich laufe am Ende wieder so, ich ziehe die Jacke dann aus und laufe am Ende so, wie ich bin, aus der Location raus und niemand spricht mich an. Und ich habe vorher anderthalb Stunden, haben Leute irgendwie gejugelt und alle haben mitgefeiert und fanden es total cool und wollten dann auch Fotos im Kostüm. Und wenn ich so rauslaufe, dann bist du nicht mehr anders quasi. Das ist wirklich super angenehm, finde ich. Ja, und die Herausforderung dann war auch einfach, wie gesagt, sich zu beweisen, sich zu zeigen, was man kann, dass man bereit ist, sich in das Projekt zu investieren. Das musste ich auch lernen. Also Mütze, Katze, so ein krasses Pensum im Team, einfach total geil, wie alle Bock haben, wie alle mitziehen, wie alle mitgestalten wollen oder so. Also ewig lange Diskussionen über Kleinkram im Prinzip, die aber einfach nur zeigen, dass alle so krass daran glauben und damit verbunden sind und nur das Beste wollen für das Projekt. Also das war am Anfang für mich überfordernd, aber ich liebe das mittlerweile. Also es ist super. Und da muss man einfach zeigen, dass man auch eine Meinung hat und das Beste für das Projekt will. Und dann muss man halt beweisen, dass die Ideen, die eigenen Ideen halt auch gut sind. Also zum Beispiel auch musikalische Entwicklungen. Als ich zu Mütze, Katze kam, war es halt wirklich noch sehr 90er-lastig einfach. Und klar, ich kenne die Musik, aber es ist nicht hundertprozentig meine Musik. Ich kann die spielen, ich feiere die auch. Aber es ist eine andere Musik als die, die ich feiere. Und ich habe zum Beispiel total meine eigene Note, auch musikalisch mit reingebracht, neue Songs vorgeschlagen, die die Jungs gar nicht auf dem Schirm hatten bis dato, die mittlerweile fester Bestandteil unserer Show sind. Und so bedingt sich das ja einfach alles gegenseitig positiv. Aber du musst halt schaffen, die Leute davon zu überzeugen. Und das war für mich eine Herausforderung, finde ich. Ja geil, aber das ist gut. Aber genauso wächst ja auch ein Team zusammen letzten Endes. Es ist definitiv, glaube ich, auch eine Herausforderung, seine eigenen Ideen durchsetzen zu können. Aber allein das schafft das ganze Projekt. Ansonsten ist es nur ein anderes Projekt, wo du mitwirkst. Und so ist es halt wirklich ein ganzes, eigenes auch. Was sind, fallen dir so ein paar schöne Lieblingsmomente ein? In eurer Zeit zusammen? Schöne, viele schöne Momente. Also ich hatte es vorhin, wir hatten es ganz am Anfang. Die Teamwochenenden sind legendär. Also es ist wirklich einfach ein anderes Gefühl, wenn alle dabei sind, wirklich dann am liebsten auch noch auf einer Show. Weil das belebt es nochmal so anders. Weil wenn wir am Wochenende unterwegs sind, dann sind zwei Leute oder vier Leute unterwegs im besten Fall, wenn wir doppelt gebucht sind. Und der Rest sitzt aber halt zu Hause. Und die Aufgabe der anderen, die unterwegs sind, ist es einfach, alle mitzunehmen, alle zu euphorisieren. So, hey Leute, wir sind unterwegs heute. Geil, auch wenn du jetzt mit den Kindern irgendwie oder mit der Frau oder mit sonst irgendjemandem zu Hause auf dem Sofa sitzt oder, weiß nicht, im Urlaub bist oder so. Das Beste ist einfach, wenn du in alle anderen parallel die ganze Zeit am Handy hängen und so einfach Updates wollen. Und naja, wie läuft's? Und wie ist die Show? Und so. Das ist einfach immer richtig, richtig schön. Deswegen, dieses Team ist einfach so, macht einfach so viel Spaß. Und schöne Momente. Also jetzt für mich persönlich war so das erste Festival, Helene Beach Festival, kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, war total geil. Aber auch so Sachen, die so unerwartet groß sind, unerwartet cool sind, wenn du sagst, ey, du bist hier gebucht in Fulda, in Hessen, auf irgendeinem Landkreis-Jubiläum oder sowas. Also es hieß wirklich so, das war einfach so eine Festveranstaltung, weil der Landkreis irgendwie so und so viele Jahre alt geworden ist. Ich hab noch nie so ein großes Festzelt gesehen. Also so viele Tausende von Menschen. Und die haben das so maßlos unterschätzt. Die haben vor die Bühne, also die Bühne war erhöht, aber die haben vor die Bühne keine Gitter gestellt, sondern so Flughafenbändchen, so Absperrdinger, die du so rausziehst. Und die Leute, das hat die gar nicht gejuckt. Die sind so krass zur Bühne gedrängt. Die haben irgendwann alle Securities, die die für dieses Zelt hatten, und es waren nicht viele, vor die Bühne gestellt, um die Leute zurückzuhalten. Also das war unfassbar. Also mega geil, das sind so Momente. Man vergisst so viel. Also ich find's so krass, wenn ich jetzt irgendwie die Storys öffnen würde und zurückschauen würde, da könnte ich ja so viele Momente irgendwie nennen. Ich find's super schade, dass man das vergisst. Wenn ich jetzt länger darüber nachdenken würde, würde mir ganz viel sicher noch einfallen. Es sind einfach auch manchmal kleine Momente, so mit Kollegen, mit Teamkollegen. Oder auch, wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr einen Kollegen verabschiedet, einen langjährigen. Das war auch in dem Sinne ein schöner Moment. Es war natürlich schade, dass er gegangen ist, aber so die letzten Shows irgendwie, die ich mit ihm hatte, das waren einfach so schöne, herzliche Momente, die ich sehr genossen habe, wo man einfach nochmal so alles Revue passieren lässt. so die letzten Jahre, das waren echt schöne Erlebnisse einfach so. Schön, danke fürs Teilen. Okay, andere Richtung wieder. Ein peinlicher Moment? Ein witziger oder peinlicher Moment aus eurem Zusammensein oder aus den Bühnenerfahrungen? Peinlicher Moment. Mützekatze hat so eine niedrige Peinlichkeitsschwelle. Also eigentlich kann da gar nicht so viel peinlich sein. Oder irgendwas, was mal doof gelaufen ist, wo ihr dann so sagt, ach, naja, komm. Na gut, wenn man vom peinlichen Moment redet, man hat ja immer mal gute und schlechte Veranstaltungen. Und ich glaube, ich hatte leider diesen Sommer meine schlechteste Veranstaltung ever. Also Besucherzahlen technisch. Und das ist, das darf man nicht persönlich nehmen. Da darf man sich auch nicht die Schuld, glaube ich, dafür geben. Nee, dafür. Besucherzahlen kann man, also das muss ja für der Veranstalt dafür zusehen, ne? Denke ich auch zum größten Teil. Wenn man nicht gleichzeitig für die Werbung gebucht ist. Und ja, also Mützekatze zieht durch. Egal, ob 20 Leute oder 20.000 Leute. Und ja, diesmal waren, bei der Veranstaltung waren es dann halt leider nur die 20, glaube ich, so ungefähr. Und ja, aber so ist es halt manchmal. Und wir haben durchgezogen und alle Leute, die da waren, waren happy. So, und das ist das Wichtigste. Aber das war schon, das war schon hart. So, das muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich macht man sich dann eine gute Zeit irgendwie mit seinem Kollegen auf der Bühne. Das ist auch das Schöne an Mützekatze, dass man immer zu zweit unterwegs ist und sich das nicht alleine dem stellen muss. Ja, aber da braucht man ja nicht, da braucht man ja nicht drum herum reden irgendwie so, ne? Nee, das ist dann natürlich schon, aber dafür kann man ja nichts. Ich weiß, ich hatte auch mal eine Hochzeit. Da hatte ich vorher schon eine Show, war woanders und bin dann zu dieser Hochzeit gefahren und die hatten relativ spät noch gebucht, wollten aber unbedingt die Show haben. Deshalb haben sie gesagt, ist egal mit der Uhrzeit, wir nehmen das in Kauf. Und war dann spät abends da, das war wirklich schon um 1 Uhr nachts oder so. Also ich bin gegen 0, 0.30 Uhr angekommen, da müssen wir noch aufbauen. Und da waren schon fast alle weg, ne? Die mit Kindern waren weg, die älteren waren weg. Also das Brautpaar war da, waren zwei Frauen. Und da waren vielleicht noch so vier, fünf, ich weiß nicht genau, aber ganz wenig Gäste da. Oh je, auch schade. Aber ich hab dann trotzdem, die haben natürlich jetzt eine super persönliche Show bekommen von mir, aber ich hab trotzdem, also ist wunderbar gelaufen, war eine traumhafte Show, aber ist natürlich dann, ja schade, aber kann's nicht ändern. Ich liebe Hochzeiten. Ja, ich auch. Also es ist immer so eine Stimmung, so eine krasse Grundstimmung. Ja. Ich kann nicht verstehen, wie Hochzeiten so früh zu Ende sein können. Also so um eins oder so. Das check ich irgendwie nicht. Das ist ja die Leute, muss das ja zu viel wert sein. Ich weiß ja, ich find auch Hochzeiten, ich hab bisher eine Hochzeit erlebt, die war schwierig, weil die Braut war super genervt von allem. Breitzilla. Ja, schon. Aber ansonsten, ich krieg auch nicht genug von, ich war auf vielen Hochzeiten schon, aber allein meine Hochzeitsshow, die passt sich zwar immer an, aber so die Musik an sich ist ja schon immer sehr, sehr gleich. Und ich hab die schon so oft gemacht, aber jedes Mal, ich krieg nicht genug, diese Stimmung. Und wenn du merkst, wie die reagieren auf das, was du machst, das ist so geil. Ja, total. Also das ist auch eine Ecke, wo ich so ganz, ganz ursprünglich als DJ herkomme, weil wenn man nämlich stattfinden will, wenn man irgendwie vom Land kommt, dann muss man nehmen, was man kriegen kann und dann spielst du eine Familienfeier und dann spielst du den 40. Geburtstag deiner Tante und solche Geschichten und dann spielst du natürlich aber auch mal eine Hochzeit. Und du merkst sofort, Alter, was ist das für ein krasser Unterschied. Also weil 30. Geburtstage, 40. Geburtstage, das feiert man, wenn man halt so einen Freundeskreis hat, drei, vier, fünf Mal vielleicht sogar im Jahr, kommt dann halt. Aber eine Hochzeit ist bestenfalls ja einmalig und das merkst du einfach, eine Stimmung ist total, also liebe ich total. So, dann kommen wir jetzt mal zu unseren Instagram-Fragen. Ich habe euch ja auf meinem Kanal cherryjam.podcast einen Fragesticker reingehauen für Münze Katze und die eine oder andere Frage ist schon angekommen hier, die ich dir jetzt mal stellen würde von der Community. Cool. Genau, wie ist der Name Mütze Katze entstanden? Den haben wir hier drinnen. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Aber jetzt noch, wie kamen sie auf die Idee, Musik zu machen? Kannst du das noch herholen, wie es grundsätzlich zu der Idee kam? Hätte ich auch einen Schauspielkurs besuchen können. Ja, nee, genau. Das kam, wie gesagt, genau aus dieser Richtung. Fabian und Paul, unsere beiden Gründer, Erfinder, wenn man so will, die haben Veranstaltungen gemacht in Berlin und Potsdam. Haben zusammen, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie studiert oder kannten sich irgendwie aus diesen Unikreisen und waren so Fire Buddies, weil das waren immer so die einzigen beiden, die Bock hatten und dann einfach jeden Tag irgendwie feiern gegangen und dann halt super vernetzt gewesen in dieser Partyszene und so und ja, irgendwann dann gesagt, ey komm, wir wollen das auch mal probieren. Wir wollen das einfach jetzt mal machen. DJ hat keinen Bock mehr, lässt uns sein Laptop da und wir machen einfach. Wir machen einfach und machen uns keine Gedanken. Ja. Kannst du sagen, was für Musik alle so insgesamt privat hören? Ist das schon ähnlich vom Musikgeschmack her oder fällt da jeder aus der Reihe oder irgendwer aus der Reihe? Ich glaube, sehr, sehr divers. Musikalisch würde ich sagen. Also klar, wir können uns schon im gewissen Maße darauf einigen, was wir cool finden für das Projekt, für unsere Show und auch so generell. Das muss man aber ins Verhältnis setzen. Also wenn ich jetzt privat mir irgendwas anmache, dann wäre jetzt so eine Party-Playlist ehrlich gesagt das letzte, was ich mir anmachen würde privat, weil ich die Musik natürlich ja auch am Wochenende meistens performe und feiere. Dann brauche ich die nicht noch unter der Woche feiern, auch wenn ich sie cool finde. Da sind wir wieder beim Punkt Inspiration. Ich brauche mal auch was anderes oder mal, weiß ich nicht, paar 80s oder whatever. Also ich bin, ich habe so, wenn ich meine Playlisten jetzt aufmache bei Spotify, manchmal habe ich so einen Impuls und denke so, Alter, da muss ich mir meine Playlist erstellen von diesem Stil. Dann gehe ich los und erstelle mir eine Playlist von diesem Stil und das ist manchmal Hip-Hop oder das ist manchmal Rock oder Habe ich auch. Ich habe dann für Electro String eine Playlist, für die 90er eine Playlist, für, keine Ahnung, Laufmusik eine Playlist, für Filmmusik eine Playlist. Ganz genau, so geht es mir auch und wenn ich das jetzt aufmache, das ist völlig verschieden und dann, wenn ich mir irgendwie Musik anmache, so nebenbei beim Putzen oder beim Arbeiten oder was auch immer, dann gehe ich so durch meine Playlisten durch und denke so, wo nach fühle ich mich gerade und dann mache ich mir halt so eine Playlist an. Also ich kann jetzt nicht mal, ich kann dir nicht mal sagen, was für Musikgeschmack ich habe. Es kann richtig gut sein oder es kann richtig schlecht sein. Ja, aber wir haben zum Beispiel auch jemanden im Team, der so auch super gerne auf Techno feiern geht, der geht ins Berghain und regelmäßig zum Beispiel, also gibt es halt auch, auch völliger Kontrast. Apropos kann gut sein und kann schlecht sein. Hast du oder hat jemand aus dem Team schon mal was mit einem Fan von einer Party angefangen? Muss er jetzt keinen Namen nennen, aber ja. Ich werde noch nicht ins Detail gehen, aber ja. Also wenn man euch besucht auf euren Partys, da hat man Chancen, ja. Das würde ich jetzt nicht, also das würde ich jetzt pauschal erst mal verneinen, aber manchmal funkt es ja auch. Ja, richtig. Mit welchem Musiker oder mit welcher Band würdest du oder ihr als Team gerne mal zusammen auftreten? Oder euch vielleicht auch mal konstruktiv in einen Raum setzen und Ideen besprechen? Also mir würde es ja eigentlich schon ausreichen, einfach mal zum Konzert zu gehen, aber Scooter fände ich mal total geil. Hyper, hyper. Das fände ich total fett. und man kann ja auch, man darf ja immer noch träumen, so eine Support-Tour für Finch, wäre natürlich auch total cool. Also so eine Warm-Up-Show fürs Finch-Konzert, das könnte ich mir auch vorstellen. Ansonsten viele hat man ja auch. Schon ein bisschen Kontrast. Ja, klar. Aber viele hat man ja auch dann schon getroffen und hat sich schon die Bühne irgendwie geteilt in irgendeiner Form und dann muss man sich ja auch neue Ziele stecken bisher auch für mich so das echt ist die geilste Live-Show in dem Segment, in dem wir unterwegs sind, die ich gesehen habe, Vengaboys. Also anderes Level. Völlig anders. Live gesehen, ja? Ja. Also was für eine krasse Performance. Alles durchgetaktet von vorne bis hinten. Jede Bewegung, jede Moderation, jeder Einsatz. Super krass. Also mega professionell. Wann hast du die gesehen? Diesen Sommer in Erdingen. Ja. Krass. Kinder, Kindheitstars. Ja. Also meinerseits jetzt in dem Fall, ja. Bei denen ist es auch so, auch unterschiedliche Besetzungen, sage ich mal. Also die haben sich auch verjüngt oder in der nächsten Generation angekommen. Aber die Show ist nach wie vor die gleiche. Die Lieder sind natürlich nach wie vor die gleichen und es ist wirklich grandios. Ja, cool. Ist wieder eine live, eine gute Bühnenshow anstatt was kannst du vielleicht mit anderen Zukunftstechnologien daraus machen. Dieses Live-Feeling. Ja, cool. Dann sind wir so langsam auch schon am Ende unseres Podcastes angekommen. Ah, genau. Checkt gerne nochmal Instagram ab, Mütze Katze. Da findet ihr die, ich will immer das Duo sagen. Ich hab's so im Kopf, weil ich immer zu zweit auftritt, ne? Man kann auch Duo sagen, das ist schon okay. Also, ich glaub, das Wort Duo fällt auch irgendwo auf der Webseite oder im Pressetext oder wo auch immer. Wenn ihr aber dabei seid, checkt gerne Insta ab, aber checkt auch gerne TikTok ab. Also, man muss ja auch mit der Zeit gehen. TikTok haben wir auch, bespielen wir auch regelmäßig. Ja, TikTok, aber auch die andere Richtung. Facebook, habt ihr Facebook noch? Haben wir auch noch. Siehst du? Das ist sehr geil. Ich hab dieses Jahr so ein, wie sag ich so, Vorstellungsmappe fertig gemacht für Mütze Katze, um uns vorzustellen in verschiedenen Bereichen, so bei Leuten, die uns noch nicht kennen. also mit denen man so gerne zusammenarbeiten würde und da listet man dann so auf, was man zu bieten hat und dann Spotify, wie viele Zuhörer haben wir oder wie viele Streams und so weiter und wie viele Follower haben wir da und da und dann haben wir Facebook auch aufgelistet und dann hab ich dann geschrieben, wir haben so viele Retro-Fans auf Facebook. Das ist gut. Facebook ist ja wirklich richtig oldschool mittlerweile. Ja. Kommen bei euch Bookings rein über Facebook? Ey, tatsächlich ja. Ja, das ist total krass und man muss das echt im Auge behalten, weil so Facebook, das läuft einfach so nebenher, man bespielt das mit, aber so Insta ist ja nur wirklich, muss ich sagen, das tägliche Medium, wo du auch Nachrichten liest und auch schnell beantwortest und dann guckst du vielleicht einmal die Woche bei Facebook rein in den Messenger und dann schießt, ja, ich würde euch gerne mal buchen, dann und dann, weil wie geht denn das, was muss ich denn da machen und so. Und ich so, alter Scheiße, ich hab eine Woche nicht geantwortet hier da drauf, Booking-Anfrage, super unprofessionell, aber. Aber man guckt halt nicht so recht. Ich hab auch schon Nachrichten bekommen, von wegen, ich hab dir auf Facebook geschrieben, weil mir hat jemand gesagt, dass du da täglich on bist, nur weil ich halt parallel, das postet sich halt sehr parallel. Ja, ich weiß auch nicht, ob es super professionell ist, über Facebook anzufragen, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, aber man findet uns auch im Internet. Relativ. Wie heißt es damals, die Models, die großen, die entdeckt wurden, wurden auf der Straße angesprochen. Wie professionell ist das? Ja, weiß ich nicht. Ein junges Mädel auf der Straße anzusprechen, ob es schon mal mitkommt und Model werden will. Ich weiß nicht. Klingt auch ein bisschen nach was anderem. Schüri. Heutzutage wäre man irgendwie das nicht mehr, glaube ich. Ja, wo kann man euch denn das nächste Mal live sehen? Ja, dieses Wochenende. Ah nee, der Podcast kommt am Sonntag raus. Oh, so sorry. Verdammt. Ja, Sonntag kommt ja raus und sehen. Oh Gott, dann muss ich kurz mal überlegen. Das heißt, Sonntag, das ist der 19., glaube ich. Ja, da kann man uns auf jeden Fall das nächste Mal live sehen am 25.11. in Leipzig. in Dresden und noch irgendwo anders, was ich gerade vergessen habe. Also wir haben tatsächlich und das ist auch eine Premiere für uns, wenn alles klappt, stand jetzt, klappt es wahrscheinlich, eine Dreiershow. Das machen wir, das haben wir noch nie gemacht. Also wir sind ja sieben Leute im Team, aber nicht immer alle sind verfügbar und wir machen so Doppelshows und das ist schon so das Maximum, aber jetzt haben wir uns mal dazu hinreißen lassen, drei Shows an einem Abend anzunehmen. Ja, und da darf sich jetzt keiner irgendwie mehr noch eine Erkältung holen oder das Bein brechen oder sonst irgendwas, weil sonst ist wirklich Sackstand. Ja, mal sehen, wie das wird. Aber Dresden, Leipzig am 25.11. Da sind wir am Start. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht, ja cool. Also voll Raketenschub hier, dreimal Mützekatze. Und natürlich, ich weiß nicht, du erreichst ja bestimmt auch viele Leute aus Berlin. 31.12. In der Mercedes-Benz Arena. Oh, wie cool. Das ist ein großes 90er. Also wer noch nicht weiß, was Silvester abgeht. Da ist eine große 90er-Veranstaltung. Ich glaube, Mr. President ist mit am Start und noch so viele andere, die ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß. Ich glaube, sogar Blümchen. Und wir. Ja. Also wer darauf Bock hat. Schon mal so langfristig, mittelfristig. Ja, ist auch sehr, sehr cool. Ich habe Silvester auch im Booking, ist allerdings eine Firmenveranstaltung, aber ich kann niemanden einladen. Sorry. Aber noch nicht zu 0 Uhr. Mal gucken, was entweder, es ist noch eine, es ist was in Verhandlung für 0 Uhr, aber abwarten letzten Endes. Vielleicht macht man auch was anderes Schönes. Ja, kommst du bei uns vorbei. Ja, genau. Du wirst da, woher du hinkommen bist. Ja, dann danke dir auf jeden Fall schon mal. Vielleicht abschließend hast du Tipps oder Ratschläge, was kannst du noch jemanden mitgeben, der vielleicht auch ins Musikbusiness einsteigen möchte? Für Veranstaltungen und DJing. Ja. Ich habe letztens, da muss ich kurz ein bisschen weiter ausholen, ich habe letztens einen Podcast gesehen mit einem DJ-Kollegen, den Namen will ich jetzt nicht nennen, aber der hat, der ist noch sogar noch, der ist, was heißt sogar, der ist ein bisschen jünger als ich. Wie alt bist du? Ich bin 28 und der DJ-Kollege ist, weiß nicht, 24, 25 oder so und der hat letztens in einem Podcast gesagt, der hat nämlich die gleiche Frage gestellt bekommen, was würdest du jetzt einem Newcomer-DJ sagen, der jetzt anfangen will, DJ zu werden und der hat gesagt, mach's nicht. Also er hat gesagt, fang gar nicht erst an, weil es ist nicht möglich, DJ zu werden mehr an der heutigen Zeit. Ich sage genau das Gegenteil. Es war niemals einfacher, zumindest technisch das zu lernen und mithilfe der Technik anfangen aufzulegen, weil die Programme werden immer schlauer, wie ich vorhin gesagt habe, die Technik wird immer besser und auch für wenig Geld kann man sich ein gutes Einsteigergerät holen und kann das lernen. Es gibt überall DJ-Schulen, es gibt YouTube-Videos. Wenn man das wirklich will, und ein Gefühl für Musik hat, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen die Voraussetzung. Liebe zur Musik auch ein bisschen ein Gefühl für Musik. Wenn du nicht im Takt klatschen kannst, dann überleg dir vielleicht doch, ob du lieber was anderes machst, ob du lieber malst oder so. aber das wäre schon wichtig. Aber man muss dranbleiben. Wenn man das macht, was man liebt und wenn man das verfolgt, dann funktioniert das irgendwann. Man muss sich vernetzen, das ist halt das Wichtige. Also schließ dich nicht zu Hause ein und mach irgendwie so Bedroom-DJ-mäßig, geh halt irgendwie raus und auch wenn es nur in Anführungszeichen Social Media ist, wenn es irgendwie TikTok-Live ist oder wenn es Streaming, Twitch ist oder so. Irgendjemand wird es sehen und es ist immer gut, irgendwo gesehen zu werden und sich zu präsentieren und das, was man kann, zu präsentieren. Und wenn man wirklich was kann, dann wird das auch von den richtigen Leuten gesehen werden. Also ich würde niemals sagen, fang nicht erst an, sondern fang an. Und ich würde auch sagen, um das noch abzuschließen, such dir nicht unbedingt, such dir nicht eine Nische. Such dir keine Nische, für den Anfang zumindest, sondern stell dich breit auf. Also um möglichst viele Leute abzuholen. Das war zumindest so mein Schlüssel, um in Clubs reinzukommen, weil ich alles auflegen konnte. Ich konnte von Haus über Hip-Hop über Mainstream-Charts alles auflegen und das war mein Vorteil, weil es wurden Allround-DJs gesucht, die einen bunten Abend spielen können und nicht irgendwie nur Hip-Hop oder nur Techno oder was auch immer, sondern wenn man das will, dann sollte man sich, glaube ich, breit aufstellen und spezialisieren kann man sich immer noch. Man kann immer noch sagen, ey, das ist irgendwie mein Steckenpferd und das will ich jetzt mal lieber machen. Kann man immer noch machen. Aber ich würde sagen, immer erst mal so breit wie möglich aufstellen und zeigen, was man kann. Ja, finde ich gut. Würde ich am liebsten zu klatschen, jetzt mal wirklich noch so. Warte. Ah ne, scheiße. Auch falsch. Irgendwo gab es vorhin noch Applaus. Ja. Also, ich darf es ganz lieber ausmachen. Ich glaube schon. Nee, tatsächlich, würde ich dir komplett so unterschreiben, so zu dem, wie ich überhaupt da Berührungspunkt zu bekommen habe, es in Erwägung zu ziehen, es zu machen. nachdem ich nur jahrelang gesagt hatte, nee, das mache ich nicht, hatte mich eine gute Freundin, DJ, DJ, da war es wieder, DJ Katrin Mendelssohn. Die nennt sich ja, glaube ich, wirklich so, ne? Also, das ist ja auch okay, wenn die sich so nennen, dann würde ich die auch so benennen. Ja und nein. Also, bei ihr ist es auch tatsächlich eher mal so gekommen und sie meinte aber auch, von sich aus würde sie auch immer DJ sagen. Ach ja. Die DJen. Mittlerweile nennt sie sich auch nur noch Katrin Mendelssohn, weil sie ja nicht nur DJ macht, sondern auch Coaching und solche Geschichten. Hatten wir auch schon im Podcast hier. Ja, habe ich gesehen. Und genau, gute Freundin von mir und sie hat mich auch mal eingeladen, sie wollte in einem Video beweisen, wie einfach es ist, gerade mit der heutigen Technik DJ zu lernen. Und tatsächlich, wir haben eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder sowas gemacht und sie hat mir alles so ein bisschen erklärt, wie, wo, was. Und es ist, also das Verständnis für die Musik muss irgendwie da sein. Und das Gefühl dafür, aber grundsätzlich, rein von der technischen Handhabung, kann man das echt machen. Ja. Und, ne, also wenn jetzt jemand sich hinstellt und sagt, nee, mach's nicht, ist grad super schwer der Markt und super überflutet. Das kann ja sein. Aber das kann sich ja auch wieder verändern, ne. Also du weißt ja nicht, was in zwei, drei, vier Jahren ist, ne. Also dieser, der Musikmarkt, der Veranstaltungsmarkt, der entwickelt sich immer weiter, verändert sich. So, vielleicht ist dein, sind deine Skills, sind deine Skills irgendwann wieder wertvoller. Einfach so, ne. Das hab ich zum Beispiel gemerkt. Ich hab angefangen, so, irgendwie breit aufzulegen. Das war nicht so interessant. Da wollten lieber alle irgendwie so Techno-DJs haben oder so besondere DJs haben, Hip-Hop-DJs haben und irgendwann haben die gemerkt, oh, ne, irgendwie, wir brauchen wieder Allrounder. Ja. Die, weil so eine Musikrichtung ist für den ganzen Abend, wenn du jetzt nicht einen speziellen Floor hast oder so, ist einfach zu langweilig. So, wir brauchen wieder Leute, die irgendwie, ne, schneller mixen können, bessere Abwechslung liefern können und das können nicht alle. So, und dadurch, das war mein Vorteil zum Beispiel, ähm, so, das ist immer eine Entwicklung, auf jeden Fall. Aus dem, äh, Repertoire, wo ich sprechen kann, an Leuten, die ich kenne, um das aufzugreifen, was gerade bei mir im Chat steht, ähm, quasi, muss man nicht aus der Masse herausstechen, um, ähm, DJ zu werden. Also, die, die aus der Masse herausstechen und tatsächlich so eigene Musik kreieren, im schlimmsten Fall, äh, sind die so großartig, dass die dann noch ihr eigenes Label eröffnen und dann, ähm, läuft wirklich alles nur noch auf dieses Business und geht sicherlich auch nur noch straight nach oben, weil die wirklich nur noch das machen und nur noch das im Auge haben, dann, denke ich, hat das schon sehr gute Aussichten, auch richtig auf Erfolg. Ansonsten, wenn man sagt, man möchte aber erstmal Fuß fassen, man möchte erstmal anfangen, man möchte vielleicht nicht gleich seinen Job kündigen, sondern erstmal gucken, ob es was für einen ist, dann ist genau das, so ein Allround-Talent, absolut gefragt und über Jahre gefragt. Ich kenne DJs, die machen das schon über zehn Jahre und die machen Allround und genau das ist das, was funktioniert, weil das ist das, was immer wieder geht. Also klar gibt es, wie du selber gerade sagst, diese Phasen, wo man spezielle DJs immer sucht und haben will, aber dass man einen Allrounder braucht, hört nie auf, weil die Leute halt nicht, nicht immer nur nach diesen einen Sequenzen einzuordnen sind. Das ist ja auch aus der Masse herauszustechen und du hast ja auch gesagt, Allround-Talent. Talent ist halt das Stichwort, also klar Talent ist nicht nur Natur gegeben, sondern das kann man auch erlernen. Also man kann auch ein Talent erst entdecken und sich entwickeln. Man muss das Talent jetzt nicht von heute auf morgen haben, weil wenn wir alle Talente wären, dann müssten wir nicht mehr üben. Ja, dann bräuchten wir das gar nicht. Genau und deswegen, man kann halt Talent einfach auch entwickeln und das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Du wirst ja nicht von heute auf morgen jetzt irgendwie ein krasser DJ, sondern es ist einfach, es ist lange Jahre sind das einfach Arbeit, die man investiert und das zahlt sich irgendwann aus. So, das meinte ich damit. Man muss sich vernetzen, man muss Leute kennenlernen, man muss auch mal irgendwie eine Veranstaltung vielleicht spielen für weniger Geld und jede Veranstaltung hat irgendwas Gutes, wenn du dir treu bleibst sozusagen und ablieferst halt einfach. Also, wenn das nicht gut ist, was du machst, dann wirst du es merken an der Reaktion. Und wenn es aber gut ist, was du machst und auch für die Veranstaltung halt nicht so viel Geld kriegst, kommt aber der Nächste, der sagt, ey, ich finde es total gut, ich würde dich gerne mal bei meiner Veranstaltung buchen. Es sind immer überall Leute, die ihre Augen und Ohren offen halten. Das ist mir so oft passiert. Nur nicht weniger geben und sagen, okay, heute brauche ich nicht so viel machen, weil man vielleicht kein gutes Geld bekommt und nicht rausgehandelt hat, was auch immer. Immer, wenn man sich für ein Event entscheidet, immer die 100 Prozent geben. Und jetzt wird man rausgeschmissen. Ja, sie kannst du auch. So, wir nehmen aber noch auf im Podcast. Von daher, ich habe noch eine Frage von unserer vorherigen Gästin für dich und zwar von Gina Basic. Was war das Peinlichste, was dir auf einer Party passiert ist? Da muss ich jetzt mal hart überlegen. Kann ich ja vielleicht auch solo überlegen. Also was mir so solo passiert ist. Es ist immer mega peinlich, wenn die Musik ausgeht. Es ist wirklich einfach immer super peinlich und wenn sie dann nicht wieder angeht. Und das ist mir auch letztens passiert. Also wirklich, das ist für mich das allerunangenehmste. Man kann mal einen falschen Song spielen, irgendwie, den die Leute nicht feiern oder mal einen schlechten Übergang machen oder so. Nee, aber wenn die Musik ausgeht, kostet dich das die Stimmung. Und das ist mir letztens erst wieder passiert. Das war so Peak Time eigentlich. Und so ein Moment, wo sich Leute überlegen, ey, bleibe ich noch, weil die Musik gut ist oder gehe ich jetzt langsam nach Hause? Und dann ist die Musik ausgegangen, ist die Anlage ausgefallen. Ich habe übersteuert und war zu laut und dann hat der Limiter gegriffen und hat mir die Anlage runtergedreht. Das ist richtiger Mist. Und ich wusste es nicht, ich wusste nicht, wie das zu handhaben ist in diesem Club. Habe dann auch erstmal einen Fehler runtergezogen, alles ausgemacht, alles neu gestartet und ich hätte einfach nur so zehn Sekunden warten müssen, dann wäre die Anlage wieder angegangen. Aber durch mein Rumgemache da, weil ich so dachte, ey, ich muss alles neu starten oder so, hat es so zwei Minuten gedauert und in meinem Kopf irgendwie zehn Minuten und das hat den Abend versaut. Und das ist vielleicht nicht peinlich in dem Sinne, aber es tut einfach super weh. Also mir persönlich ist das peinlich im Nachhinein. Ich glaube beides. Also ich glaube auch, das ist peinlich, ja, und das ist furchtbar. Für die Party ist das natürlich richtig, richtig Mist, ja. Ah, okay. Wann war das? Das war tatsächlich erst vor ein paar Wochen. Oh. Es ist mir natürlich schon mal passiert, dass Musik ausgeht, da war es nicht meine Schuld. Das war auch so ein bisschen rudimentär. Das DJ-Pult aufgebaut, so provisorisch und da lag eine Steckdosenleiste und da kam jeder ran und irgendjemand fand es super witzig, ihm vorbeigehen, diese Steckdosenleiste auszumachen. Ja. Aber das wissen die Leute, die in der zweiten und dritten und vierten Reihe stehen, ja nicht, was da gerade passiert ist, sondern das hält einfach dann die Musik aus. So was darf man da gar nicht erst hinlegen. Wenn was zum Grabbeln da ist, dann gehen die Leute da auch ran in der Regel. Okay, danke dir für deine Antwort. Alle, die im Stream dabei sind, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch den Podcast gerne nachträglich nochmal gucken. Hast du eine schöne Frage für uns, die wir unserem nächsten Gast oder unserer nächsten Gästin stellen können? Weiß ich denn schon, wer das ist? Nein. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Boah, gute Fragen. Kann auch eine schlechte Frage sein. So, wonach dir ist. Wenn du eine Sache in deiner Karriere ändern könntest, eine Entscheidung, welche wäre das? Uh, tiefsinnig. Bin ja gespannt, was wir für eine Antwort bekommen. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne, es hat super viel Spaß gemacht. Ja, kann ich nur zurückgeben. Und danke schön für deine Offenheit. Ich würde noch eine kleine Abschiedsmelodie machen. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Bei Cherry Jam. Eine Kirche, zwei Meinungen. Ich freue mich auf euch das nächste Mal. Ich wünsche euch heute noch einen wundervollen Tag oder eine gute Nacht oder wann auch immer ihr diesen Stream hört. Kuss geht raus an euch, eure Cherry Berlin. Tschüss. 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 Das war Cherry Jam. Eine Kirche, zwei Meinungen. Dein Lieblings-Podcast.